Mh Keine Ahnung... Was ist hier? Ne, guck durch, ich mach... ne, schaute irgendwas... Stinkspielbart? Ja, nicht spielbart... Äh... 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 Lager? Äh... Neuversorgung... Mh... Ich würd auch sagen Neuversorgung... Ja, starte einfach, Mann! Mh... ... Die Ach, die Missionen lohnen sie ja richtig wegen dem Bonus, wer ist denn 1000? Benutzt du das, ähm, Mikrofon und PS5-Kontroller? Nein, mein, Junge, ist voll schwul, äh, ich hab, äh, Astro A50, weil du das kennst. Ja, natürlich kenn ich das. Junge, Junge, das beste Headset, Junge. Hab ich auch. Ehrlich? Als ob du dir sowas leisten kannst, Junge. Natürlich. Das kostet 300 Euro. Das ist nicht teuer. Na klar. Wir haben ein Autohaus. Ja, trotzdem, ja, okay. Aber für ein Headset, aber ich finde das, allein schon das Sound und so. Man braucht Qualität. Man braucht Qualität. Man braucht Qualität. Und Qualität gibt's kein vernünftiges Stock. Ein Menschen, ein Gaming-Pitze und so weiter und dann auch Gaming-Headset. Ach, das muss auch so sein, Mann. Ich mach schon Vorratskästen. Und ich hab schon... Oh, easy. Junge, ey. Ich hab auch den verkehrten Entdecker wieder mitgenommen, aber ist egal. Ich vergesse das immer zu wechseln. Scheiß drauf. Ist so wieder die Puppe drin, ne? Mhm. Die Puppe. Boah, Junge. Du sitzt im Automaten da? Ah, nee, du bist ja gar nicht in der Nähe. Ich bin hier in der Nähe. Was ist denn hier drin? Ja, wo ist denn der Automaten? Ich hab' mich nervt, dass du mit die Katakomben, ne? Jungen mal, das hat... Seit gestern Vormittag da dran, man schafft die Missionen nicht. Ich hab'n Sonnenschein, Dings. Okay. Ich hab'n Argenström dabei gezogen. Was ist hier drin? Nur Müll, Pistole, so ne Scheiße. Danke, dass du mir die weggerätzt hast. Was? Ich konnte nicht da raus, ich war da eingestellt wegen dem Dinos. Muss ich mal kurz schauen. Und auch voll viele Ausrufe verzeichnen. Um zerstören, ne? Deswegen hab' ich immer einen Decke, einfach reingehen, zack, alles zerstört, da muss man nichts mehr machen. Kaskar, ein Entdecker Setup. Hey, Junge. Und das zerstörst jetzt dann auch? Weiß ich nicht. Ich glaub' schon. Ah! Oha! Oha! Ich hab' nicht beleben, ich hab' ja Dings mit. Hab' ich dich nicht belebt? Ich glaub' du warst zu weit weg, oder? Oder hab' ich dich belebt? Schwerer. So, ach, ich hab' ja noch Lola bestimmt, ja. Ich hab' ja vergessen. Und das hier 124er. Ich hab' die Kiste lohnt sich eh nicht, das Imitator. Nö. Mach' du dir überhaupt, wenn du möchtest. Bin eh fast mit dem Erfangenen durch, dass ich brauch' eigentlich nichts mehr so richtig an Waffen. Was war da? Ähm, ein Schwert. 25er Holzhackel. Okay. Ja, ähm, ich muss jetzt hier scheiß Katakomben suchen, die Kacke, Junge. Ich kann dir bisschen helfen. Da brauchst du nicht alles gut. Ah, ich hab' schon gefunden. Ich weiß ja, wie das aussieht. Jawohl, zwei von drei. Bis schnell die Mission machen. Was? Also müssen die Mission ja noch machen, ne? Mit, ähm, Objekte durchsuchen, so. Ich bin unterwegs nach oben. Machen wir schon die Bäume schnell. Ähm, die Bäume? Ja, Bäume und Felsen mach' ich, ne? Ach das, ich hab' äh, Dings, fast alle, äh, wie heißt das? Ah, ich hab' sogar schon alle. Ähm, wie heißt denn diese Dinger da? Hä, was meint der, was? Junge. Was? Der hat irgendwas über dich geschrieben. Wo? Wohin bist du, der macht dich schon widerlich. Oder? Nee, was? Hey, Junge. Wer hat das geschrieben? Wieder Klitsch. Also im mainstream. Ach, keine Ahnung. Ist live, doch live. Ich hab' gerade live. Also, und da fang' ich immer live, Mann. Ach so, er meint, bist du wirklich in NWA? Junge. Das meint er. Ach, dann sag's doch vernünftig. Ja, guck doch mal, wie der geschrieben hat, Junge. Ja, guck ich mir gleich auch an. Guck mal, er schreibt wirklich. Junge. Egal, ich heiß drauf. Aber wann fragen immer alle? Ist das so'n geiler Clan oder was? Wirklich? NWA, Brian, bist du wirklich in NWA? Kannst du nicht lesen? Das kann man doch lesen. Hm, heißt du David oder wie, wie heißt du, der hier in stream? Weil, David kann's ja nicht heißen, weil er wird ja nicht mit W geschrieben oder mit V. David? Na ja, David wird auch mit V geschrieben und ich will W. Ich weiß nicht, wie ich zu ihnen sagen darf. Vielleicht ist er denn so'n NWA Clan, weil er auch so heißt? Ja, kann sein. Aber eher, ich glaube... Warte mal, was hat der Dings? Warte mal, ich muss mal kurz noch ein Profil angucken. Egal, Junge, wir schaffen die Mission nicht, Mann. Hey doch, such mal bitte ein paar Objekte schnell. Der ist nicht im NWA Clan. Wohre weißt du das? Weil ich gerade was nachgekommen habe. Wie kommt man da rein? Das ist sehr schwer. Ja, du hast eine geringe Chance, dass du... Ja, aber was muss er da machen? Rette die Welt. Weil hier, was soll man dir denn beweisen? Rette die Welt. Das ist kein Rette die Welt-Clan. Ach, aber es gibt doch für... Ich bin nicht in dem Rette die Welt-Clan. Vielleicht ist er ein Rette die Welt-Clan. Da kommst du einfach rein. In einem normalen Clan. Wo kann man sich bewerben? Discord. Oh, ich will da rein, Junge. Aber was macht man da? Ich hab keine Ahnung. Ich kenn das nur so von COD und APEC. Ist halt ein Clan. Da kannst du vor Frühjahr trainieren, also das Bessere dich trainieren. Was willst du in RDW trainieren, Junge? Nicht RDW, ist... Ja, ich mein ja RDW. Ja, willst du in RDW-Clan? Ja. Aha. Ja, da... Keine Ahnung. Da machst du... Kannst du Leuten helfen. MSK, Unterfangenen-Carries und so weiter. Das ist wie so eine Selbstsicherheit. Das war auch eigentlich cool. Da hast du sicher drin. In einer Selbstsicherheit. Oha, da würde ich auch gerne rein. In so einen Clan, Junge. Gibt's da einen guten... Kennst du einen guten Clan? Den du empfehlen kannst? Von Fürrette die Welt? Nein, nein. Ich war... Junge, ich will auch mal nicht rein. In so einen Clan. Carry, Carry, Carry Plus. Wie Carry Plus? Carry Plus heißt ja Discord. Clan? Muss ich denn da richtig Bewerbung hinschreiben, oder was? Nein, bei Carry Plus musst du keine Bewerbung... Ich bin... Ach, als ob da jeder so reinkommt, Junge. Ja, nein, nein. Egal, lass mal lieber die Mission hier machen. Drei Minuten noch. Junge, doch such mal die Objekte, Junge. Das ist wichtig. Ich hab ja auch mal eins zum Suchen. Ja, ich muss mal gucken, aber... Da muss man auch aktiv sein und so. Und das wird man eh rausgeworfen, glaube ich. Ja. Was hältst du von, da hat die Weltclan so? Gut oder eher nicht so? Ich verbringst nicht. Das heißt eigentlich auch so bei COD oder so oder bei Apex oder so oder Fortna gibt's ja auch. Ich sag das immer so, aber das heißt so, Junge. Das heißt Apex. Nein, Apex. Ich hab... Junge, ich will das schon seit paar Jahren, Junge. Ich hab immer Apex gesagt. Weil das wird ja nicht mit E geschrieben, sondern mit A. Weißt? Egal, ich weiß noch. Was ist denn? Nein, wir schaffen die Mission eh nicht. Doch, bau noch die... Nein, Junge, wir schaffen nicht mal die Sachen zu durchsuchen jetzt. Das ist wenig Zeit, ist egal. Lass uns mal rauskönnen und neu starten. Nein, Bill. Ich schaff das. Das ist ein bisschen schwer, die Mission. Oh, scheiße, bei mir hier sind Zombies. Dann töten sie einfach. Töten sie einfach. Das ist ein bisschen schwer. Easy. Schade. Hoffentlich kommt heute Nacht Dings raus, Mann. Überlebenden Verbesserer. Waffen Verbesserer wäre auch cool, aber Überlebenden Verbesserer wäre geiler, Mann. Ich will noch mit Level aufsteigen. Ich sterbe gleich. Oh, egal. Einmal wüssten. Boah, eine Minute noch. Bäume und Fels habe ich gleich fertig. Aber die... Das Dings... Ja, doch, suchen. 12 Stück. Ja. Hier ist noch mehr Dings. Bei mir ist noch mehr, äh, wie heißt das? Das, was du brauchst. Okay, aber bring, bringt ja eh nichts. Wenn wir die Mission noch nicht schaffen, dann zählt das eh nicht. Doch. Guck mal, wenn wir sie lieben. Nur wenn wir lieben, komm. Nein, wir werden die neuen Objekte nicht durchsuchen, meine ich. Wird kaputt gemacht. Na ja, ich weiß. Zählt, hast du bei dir gezählt? Guck mal, hast du drei Katakomben? Kann reingehen? Ne, zählt hier nicht. Ach, das Objekte, ne? Zählt hier leider nicht. Sieben. Ich glaube, das war auch kein Katakomben. Ach, da war diese Wand da. Da wurde wohl nicht gezählt. Fünf Sachen. Hilf mich schnell. Da mache ich ja. Hier. Ich bin ja richtig stark. Komm, hast du? Ey, zwei Sachen, Mann. Hast du schlecht wieder, Junge? Haben sonst alles gemacht. Äh, zehn Minuten umsonst. Ich muss ja Bäume, Felsen, Forstkissen, alles treiblich gemacht machen. Und dann, ich kann nicht alles alleine machen. Junge, du, das ist nur eine Aufgabe, man. Doch, suchen, Junge. Ich habe aber noch ein paar Bäume. Ach, Junge, du hast nur gelootet. Ich habe wirklich Katakomben gesucht. Ja, ich glaube, das gibt nur, pro Mission gibt es nur eine, glaube ich. Nein, bist du auf NWRDC und wie heißt der Anführer? Der hat Bock mitzuspielen. Welchem Anwehr bist du, Klang? Bist du im RDBNWA oder im normalen NWR? Ich habe das gar nicht mehr da. Ach, Mann, ich bin so schlecht. Geht zwei Zuschauer, oder schaust du auch zu? Ja. Ich bin ein Storbenzuschauer. Junge. Ey. Ja, dann jetzt nochmal. Ach, lass nicht mal, ich habe das eh nicht. So schlecht. Junge. Warum ist das easy? Ja, siehst du doch, ich hoffe, es ist ja nicht. Ja, weil wir gelootet haben, lass uns nochmal. Ich habe nicht gelootet, nur ein bisschen so. Ja, ich habe gelootet. Ja, egal, ich habe gelootet. Ja, ich habe gelootet. Ja, ich habe es nochmal. David, spielt es mit oder nicht? NWR. man die mission ist eigentlich so jung ich habe macht ihr eigentlich immer solo junge wenn man halt nicht looted also denke wenn man nur die mission macht dann geht das ist ich doppelt was leicht gemacht oder was ich will auch in klaren reinigung das war cool da kriegt man auch viel mehr aufmerksamkeit na klar junge werde ich doch ja warum nicht ja junger ist kein problem die nämlich mit kurs hand auf stimmt das kann könnte sein und ich habe wieder den verkehrten entdecker mitgenommen ist 94 das ja auch schon voll hoch also ich glaube nicht aber das geht auch so schnell hier hoch zu leveln und erfangenen zwei drei tage und das max aber glaube ich nicht noch kann er nicht er hat den richten entdecker mitgenommen den wollte ich auch kann aber ich nicht so gehen warum kannst du nicht so reden warum kannst du nicht so reden ich mag das nicht so alles gut musst du nicht mal aber ich meine halt der anführer von nwa lew der hat gesagt die kindern breuen ja aber wenn also in welchen denn normalen welche normale von apex von fortnite oder von cod was gibt ja verschiedene spiele csgo da kann sein da gibt es sich auch so klar also eine co-ownerin meine ich die kennt sich gar nicht kennst du einen guten rdw-clan nwa ist geil ja komm mal kommen wie kommt man da rein kennst du nwa schiele ich kann gar keinen gibt mal auf youtube in der suchleiste schiele ein nwa und dann muss ich den anschreiben nein dann siehst du ein ein ja immer wenn er streamt dann kannst du da rein gehen kannst du nachfragen ob du nwa join kannst und was soll man in der bewerbung einschreiben muss man nicht als ob man einfach so reinkommt ohne bewerbung oder so die meisten clans da muss man richtig also bewerbung so richtig schreiben also ist nichts besonderes so in rdw wenn man da ein klaren drin ist oder was kannst du auch partner sein wenn du zum beispiel waffen verschenken machst oder so kriegst du vielleicht sachen also es ist nicht schwer da reinzukommen dem gefühl jeden an also wenn man high level ist oder man muss nicht mal zwei level sehen ist das denn jeder bot da jeder kommt da rein junge wie 103 battle royale ist auch in den klaren drin ja ich bin in dem kampf und rette die welt und rette die welt ja ja kannst du kannst du mich da nicht auch hinzufügen oder keine ahnung was macht bist du ein member ich bin nwa member so ich da du bist ja ein hohes mitglied ja so egal ach junge ich will keine ahnung wenn der brain schon sagt nichts besonderes ich bringe man dann auch noch mal richtig aus wo ein oder nicht mal den anderen brain oder warum denn point wird somit a geschrieben und ich mit e keine ahnung ich glaube so wie es in seinem namen steht ist es auch richtig also point so gut ist so richtig so richtig warum hört sich mir so traurig an warum hört sich so traurig an was für gerade ist auch junge du sagst du bist um vier wach ich bin auch was hast du ja was macht man die ganze nach ich bin schon seit fünf oder sechs aber wo es denkt man wo war ich hier noch mal die katakombe von der zur runde ich weiß das nicht mehr das war hinten in den großen gebäude glaube ich oder überall anders die muss nicht immer an einer position sagte die waren wenn man so gebäude kann sein aber das nicht immer an einem gleichen an der gleichen position weil ich guck mal hier noch mal ein gebäude nach ich finde ich hier noch mal weil sonst kommt man eine mission reingehen und dann hat man halt unendlich dings auch vier mal wollte es ja glaube ich oder fünf mal leider einmal habe ich schon ich finde die aufgabe so nervig mann ich finde meine aufgabe ich habe dich schon hätte ich immer hier an den großen haus dann kannst du zum beispiel unendlich mal jetzt diese aufgabe machen dann kannst du hier dreimal reingehen das hat aber nicht gezählt ich glaube das war keine karte doch hier ich glaube dies immer bei den gleichen ort dann können wir gleich noch mal dreimal rein und dann fertig machen dann hast du das die aufgabe halt auch fertig also das war die hier aber das hat nicht gezählt ich bin da so reingegangen ich glaube das ist diese mission habe ich noch nicht aber da der nicht gezählt aber die nicht abgeschlossen haben dass ich hatte ja vorher schon 1 von 5 scheiße man ich hasse die aufgabe die nervt auch richtig junge seit gestern vormittags andere aufgabe dran ich glaube ich mache die auch gar nicht überspringen die einfach also ich mache die nicht ich guck mir jetzt mal ein video an ich verstehe diese aufgabe nicht fortnight rette die welt wo sind kanter kommt vor vier jahren video karen zerstören das muss einfach in 124 ja eher so ein stadt also so andere zonen da sind richtig viele was muss man denn da machen noch die kaputt machen die erben kutschen ich finde kein video darüber man macht auch keine videos darüber warum nicht weil das ist praktisch illegal geworden bei den aufgaben dazu haben soll das illegal sein ich habe gehört wenn man so ein video macht wird der youtube-account zu hälfte gebannt da brauche ich jetzt so welche videos junge man muss doch mal ich weiß nicht die leute brauchen noch hilfe so wie ich die lust sind aber guck mal diese aufgaben zuhälfte gar nicht ich habe alles fertig die sind easy mal bloß die hier ich frage mich warum die hier nicht zählt ich habe zwei op ich habe gleich mein main setup aber mir fehlt eine aktive ich hasse das so schmerzhaft immer wenn ich mein setup finde fehlt mir eine sache immer normal ist immer meistens so aber ich habe nie brightcore probleme oder so ich habe immer aktiv man kann ich ja eigentlich normal ich wollte gerade fragen ob du irgendwas brauchst da fallen oder so aber nur ehe nein mann du kannst doch man kann den unterfangenen dupen doch wenn wir die sachen tropft der andere kann sicherlich aufheben wenn das mir doch mit dem bot gehen würde so wie früher dann können sie duplizieren aber so nicht also mit den ozeanien geht ja nicht es gibt bei n was man auf einmal ist er weg mal holt sind wir auch fertig hier in dem gebäude ist auch nichts ich muss noch mal genau holen jetzt jetzt reichs mehr junge alles gut ist vorbei die mission ist nicht weiter ich muss noch mal genau holen jetzt jetzt reichs mehr junge alles gut ist vorbei die mission ist nicht ich habe nur videos gefunden wo es also was katakomben sind und ich finde gar nichts ich muss gleich mal kurz was gucken ich muss gleich mal kurz was gucken man kann mich gleich vielleicht nicht mehr machen alles gut hast du noch einen zweiten namen brenn linus ne ist dann zweitname magst du dir nicht so gerne warum nicht ich kenne dich ey was ist da an kenne ich und ich finde den verhübschen name ey ich hab ne frage an äh brian brian ich hab ne frage an dich wird bei euch komplett nwa geschrieben oder nwa mit nem punkt immer wie n zb wie bei mir n punkt bei uns wird es mit nem punkt immer also gibts da verschiedene clans ja es gibt ja auch rdw und der normalen ok also ich kenn den normalen zum beispiel gar nicht also bist du in rdw drinne wo ein ne er ist im rdw drinne ich das sieht man auch an meinem namen er hat ohne punkte und ich hab mit punkte das lager jetzt machen nochmal aber man muss zum beispiel bestimmte anforderungen da haben bei rdw ja was für anforderungen du darfst kein lobbybagger und kannst gerne mal sein sonst siehst du direkt aus dem was ist lobbybagger wie macht man das sag ich am besten nicht dann kannst du halt nicht von anderen leuten gekickt werden und man kann man kann auch andere kicken ja du kannst wenn du jetzt zum beispiel in deiner lobby camp und da andere drinne sind die du kicken willst die kannst du kicken aber wenn einer mit lobbybagger reinkommt kannst du den nicht kicken wie machen wir eine lobbybagger das will ich am besten nicht sag mal bitte nein das sag ich nicht warum nicht am besten sag ich das nicht ich kann auch mal ein video reinziehen dann weiß ich auch wie das geht ob es ja es gibt so videos aber die helfen nicht so ich brauche das ähnlich und was für was für anforderungen braucht man da noch das war's du darfst halt kein lobbybagger und kein scammer sein wenn ich also so nicht ich habe noch nie gescannt in rdw nicht ein einziges machen und ihr ich fand das wirklich asozial immer was findest du denn asozial mein internet hat weg gerade ein bisschen wenn man scammt ja ok das zum anfang macht machen die meisten das ja aber guck mal jetzt juckt das keine junge jetzt immer scammt junge auf zwei dritte account sagt du bist ja nochmal alles und dann ist junge genug das jetzt kann man ja eh es die welt ist ja nichts mehr wert ich gehe einmal bei einem typen rein da hat 20 millionen bei ihm liegen ich weiß nicht schon sein main youtube auch nie ich habe ich habe hier noch bisschen namens ich gucke es mal ob ich hier katakomben finde aber das nervt so eine flächen den haus jetzt diese karten zerstören kann und ich check ja die gibt es ja glaube ich nicht gibt es nur eine andere mission so nach stadtmission ja ob es hier schon hier ist ja also nicht so hier ist ja wald er so ich kann es in einer mission alle 15 einsammeln ich muss jetzt hier mal gucken ob ich die scheiße finde ich müsse mir alle aufgaben von mir eigentlich ich noch finden die ich habe ich habe so gut wie alle fährt ich brauche sie noch die 140 und die katakomben habe ich alles fertig ich habe noch aber ich glaube ich nehme ich nur auf mit also mit diesen waffen training und zerstörung ich glaube wir machen alle aufgaben das lohnt sich macht ihr einfach weil zuletzt bekommt ja noch die ganzen verbesserer doch die aufgaben ja aber es gibt bestimmte bestimmte aufgaben die geben keine ich glaube eine oder so gibt es nur sowas aber sonst gibt ja jede also 140 auch vor ich bin jetzt auch guck mal bis jetzt ich weiß nicht wie viele aufgaben gibt es eigentlich da so ungefähr 140 bis 140 man gucke ich überall ein fallen verbessere waffen verbessere überlebende verbesserer helden verbessere und bei den letzten halten nix wo bist du ich hab noch einen ich glaube wenn du da reingesstens will das nicht mehr ich glaube dass da guck hier nicht ziehen doch das zählt jetzt guck 2 von 4 erst 255 so muss man hier so reingehen das an bei den anderen bin ich jetzt runter gefallen oder sich erzählt jung was ist das hier warum liegt hier ein sarg junge da kommt einfach obsidian aus dem mond egal ist man schnell die lager zerstören ich stelle die ganze zeit diese lamas hier zerstört um zu formen was auch ein bisschen höchstens was bringt ja wenn man in decke hat dann soll man sich das gönnen höchstens ich brauche nichts und hab alles maximum außer metall glaube ich ja auch nur in normalen hört ihr weil ich hab alles null ich hab nicht ja ich hab gar nichts man das ich habe auch gestern am unterfangenen verkackt weil ich nichts zum baum hatte sonst hätten wir das easy geschafft im unterfangenen hast du verkackt nein msk jungen ich könnte vielleicht paar mal mit dir zaubern dass du wieder mit hast hast du ein metall und so ja ich hab alles wäre schon cool aber ich hab gar nichts mann ich dachte vorher hat mir letzt mal auch was gegeben aber hat mir nicht gar nichts gegeben junge natürlich ich baue 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 dann hat der andere gefragt dann hast du ja gesagt wo sind wo waren ja ich scheiße mir ist das doch eh scheitiger mit msk ich brauche doch nichts deswegen und guck mal was soll ich da alleine machen wenn alle down sind ja guck mal der war level 135 ne wie oft war der down ich war einmal nur down zum schluss denn ich war zweimal down ich junge ich einmal zum schluss aber ich konnte auch nichts machen ich war auch einmal vom laser getroffen aber du weißt selber ich hab keine chance ich könnte kurz belager mit ich hab das nicht alleine ja ja also ich ich bin halt zum beispiel ähm ich werde halt zum beispiel von dem streamer gekarriert äh der für nwa der halt der owner von nwa ist ähm werde ich halt äh in unterfangenen in allem fast nicht junges warum wirst du nur gekarriert junge nein ich meine halt so stummkönig und so das ist voll easy eigentlich das wird aber unterfangenen gesagt auch unterfangenen ja du wirst ja nur gekarriert junge nja halt nur in diesen zwei sachen sind nichts kaum das ist halt nur im unterfangenen getarriert weil ich halt drauf habe das ist doch egal so nicht schlimm ich wurde nur ähm ich wurde einmal im msk gekarriert und gekarriert sonst noch nirgendswo hast du so egal ich werde halt nur in msk und äh unterfangenen getarriert ok ja ist ja auch egal hauptsache man schafft das und den ssv wird sich nicht äh wurde ich nie getarriert das habe ich immer selber gemacht ja ey guck mal ich bin unter der map wow was machst du da da kann man gebannt werden ne nein kann man nicht wenn die leute dich melden schon wie bist du da reingekommen wie bist du da reingekommen das ist nicht bannbar weil das sie am back ist du am back sich an der links rein wie bist du denn da reingekommen wie bist du denn da reingekommen das ist ja unfair gegen die zombies sie können dich ja nicht töten wenn du dich bügst ja das ist unfair ne das ist dann unter der ganzen map rumlaufen nein die zombies können du kannst ja nicht durch die bände schießen außer du hast ähm aber können die zombies sich töten ne guck die sehen ich halt gar nicht das ist unfair ja zombies sind jungen die melden dich denn die zombies ja ja ob das geht ja wenn man scheiße labern ich glaub rette die welt juckt das eh keinen oder ja aber ein battle royale ist glaub ich wieder was ganz anderes wenn man das da macht kannst du dich auch fast nirgends hinwagen mancher gibt das da so eine klische das im unter dem map oder so bekommt ja manchmal das ist ein bug der ähm manchmal zum menschen hm das ist ein bug äh wenn wenn man den auch äh äh wird es äh ist ja egal das ist ja ein spielfehler von äh aber trotzdem das steht ja auch bei der erben seite von EA wenn man das macht kann man gewand werden du hast aber doch sicher schon das äh äh dieses äh totenkreuz da wir sehen äh auch vorteil auf der map wo äh irgendein youtuber mit einem auto gestorben ist und da haben sie extra so ein kreuz hingestellt wegen dem bug ja aber das war ja nicht mit absicht gemacht der bug so wenn man sich in der map reinkläscht ist ja deswegen haben sie mir auch extra ein kreuz hingestellt so Entschuldigung ja ja ich bin da auch nochmal das war cool aber ja ich finde das ist halt so ein bug den kann man ausnutzen aber der bringt halt gar nix wenn man zum beispiel kann gewinnen doch dann was bringt der bug so ich dachte in battle royale meinster war nicht hier so weil man kann hier juckt es doch eh keinen wenn man so einen bug macht ja hier juckt es keinen die machen einfach den bug nach und wo ist auch so ist egal nur ein software team was sich auch mittlerweile gar nicht mehr umgottet die welt kümmert die software team hat ja ähm dings raus rausgenommen was äh deathbots warum haben sie den raus geworben sich spät warum machen wir da so lange drin da weil äh die games kein software team hatte hatte dafür hatte dafür so aber und den anderen ähm duplikationsgletsch mit oceania nehmen sie auch einmal raus nö wieso nicht die software team das ist ja kein das ist ein bug aber trotzdem die wissen das nicht die wissen das gar nicht warum sollen die sich wissen da gibt es auch videos und so ja videos es gibt videos aber aber die guckt die sind kaum auf youtube unterwegs allgemein rette die welt wird vernachlässlich bringe auch nichts ordentliches immer richtig raus es wird nicht nur die welt hinterlassen es wird es werden es wird auch br hinterlassen so nie er nicht so aber er kommt doch jede woche ein update fast ich kann das lange nicht alleine machen ich habe ich nicht ne es kommt nicht jedes jede woche ein update fast jede woche aber oder wenn auch so ein kleines kann man die zeige auch neue waffen ja jeder empfindet die welt anders jeder empfindet fortnet anders ja ich hab halt ne zeit lang einfach mein komplettes inventar verschenkt und dann ja warum warum verschenkt man das weil ich keinen fortnet mehr besuche ja aber wenn du das auch so in deinem inventar ist es geht doch nicht weg wenn du wieder spielen tust nö ich hatte die sachen innerhalb von zwei tagen wieder zurück gehabt sowieso voll mit der sport junger nicht das ohne der sport da gab es noch kein juke ich habe freunde die haben mir einfach geholfen und ich habe komplett vergessen dass man dass ich noch ein zweiter kontakt der komplett voll ist mhm von daher hatte ich dann alles wieder wo bist du wir machen da musste ich war doch tot ich musste doch komplett hier wieder hinlaufen war doch komplett im arsch ach ich hab ich hab vier teddies vielleicht noch ein lagern haben wir es so ein teddy platzieren ey warum sieht warum sieht dieser teddy so komisch aus von der puppe also von den entdecker der ist ja nur für teddy so der macht 100% krit schaden der teddy der ist voll überpowert man da schießt auch schade an so was was aber platziert da ist ja wieder die hat die ist das aha und wo sind die ganzen tommischen manchmal der bei uns in der gruppe wir haben auch letztes mal gespielt Timon ja bist du jetzt durch mhm ich habe heute nur dings gespielt oder 60er müsste und wegen die verbesserung so ich finde 42 gleich also 8 level noch was soll das vor lange ich glaube jetzt ab 43 kann man ja komm ruhig an wenn du was los weißt du was man kann wenn man den bull getrunken hat was fliegen nicht doch fliegen kann man müsst ihr ausprobieren also ich bin vom dach geflogen willst du es ausprobieren hast du ausprobiert und dann bist du vom dach gesprungen und konntest fliegen ne ich frage ihn ob er es ausprobieren will ne ich frage ihn ob er es ausprobieren will ne ich frage ihn ob er es ausprobieren will ne ich meine ob er es jetzt ausprobieren will ne hat er doch schon ne ich hab dafür so einen speziellen trick welchen auf den draus drücken auf den draus drücken hä warum was hat dir was hat dir was hat dir denn getan er fragt den nun nicht willst du es ausprobieren ne ich glaube das ist ein relive junge guck ich hab noch nie gewinnt guck dir mein freund ich kann von vorn ja ich meine ein relive hier ein spiel doch nicht junge relive relive alter relive ne hallo moin solo oh hier ist ein ding kannst du mal aufhören hallo ich will mir was kaufen jange beruhigt ist die multi ich kann nicht immer so rum mann das schlägt die ganze gegen ich kann mir nichts holen ah stimmt ich komme nicht auch im tau dagegen muss das letzte lager komm 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 hilf mir ey scheiße warte ich muss lass mich ja das lager machen man ich hab keinen bock hier um 20 min umsonst gespielt zu haben äh ich brauche ich brauche jetzt mein xinnebogen ist in zwei schlägen kaputt digger ich muss kurz neu machen gehen da hinten am marsch der well digger lass dich halt zusammen machen das lager kommt alle dahin zwei minuten eine minute ich muss mein xinnebogen reparieren der ist sonst gleich kaputt meiner ist schon im marsch kann ich mal helfen ja ich hätte mal geschossen mein x-bogen wäre kaputt bäh 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 AR bbok ством oder nach 124 kommt die letzte aufgabe oder nach doch noch 124 kommt hier 140 oder war es das also nach zerstöre diese komische herrn so kommt dann eine 124 und fertig eine 140 und fertig ich habe nur 130er candy corn gezogen gibt mir die maus wie denn aber ich könnte ja auch mal aus meiner sammlung holen was ich am besten nicht ich brauche nix ich habe 120er candy corn das reicht mir aber ist die auf energie ich muss mal lager hier machen ja dann zeig doch kurz ich habe sie warum wenn man wenn man was im hintergrund hört physisch ich glaube der candy corn ist nur physisch oder ich weiß es gar nicht genau man ich habe zwei stücken die sind nur physisch die sind in unterfangenen und physisch aber sonst können die auch manchmal der unterfangenen sonst können die alle elemente haben eigentlich dann halt ein bug gefunden hat aber den würde ich nicht ausnutzen welchen bug ja es gibt so einen bug wie man alle elemente auf sag die drauf bekommen kann ich kenne nicht richtig aber man muss irgendwie auf einen anderen server dann kann man da dann gibt es da so einen kleinen bug da macht man dann bevor man das element gewechselt hat also wenn man das element gewechselt hat macht man direkt allzu viel und dann kommt das zum beispiel wenn du jetzt physisch gemacht hast ich bin auf pc es gibt mein bruder verzieht hat man braucht es sein umarer auch mit dem kaffee also jetzt hat er mit einem rüber gezogen er ist ein spielzeug ich bin heute ist ein echter junger er benutzen dafür er braucht gar nicht braucht gar nicht erzählen weil ich habe ich habe ich spiel auf konsole zu bringen ist egal dann kann man ja eh nicht da machen aber dies not vpn das hilft kaum timon hilf man kann hier da wo ich bin kann man zum beispiel nicht runter aber dann kann man in die band gehen hilfe hilf doch mal keine hilfe mit meinem lager wir haben ja auch ein lager schon superlager brauchen wir nicht superlager brauchen wir nicht superlager brauchen wir nicht ich habe mir schon aber ich weiß nicht was bringt das der bonus hat mehr xp aber dann müssen wir schon alle machen guck mal schaffen wir doch eh nicht mir sind diese komplett egal diese bonis mir nicht weil levelt man schneller wir maximum werden ich mache das auch ich mache das auch ohne ja du brauchst aber länger ohne bonis ich bin auch schon fast und wenn man bugs ausnutzt die nicht so geil sind zum beispiel wie ähm sie sind mit alter 4 und candy con der ist bannbar aber nur wenn die rdw doch ist doch die ist in rdw bannbar ja jungen dann müssten die früher auch alle leute aber dann müssten ja auch alle die bannen die die ähm deathbott also benutzt haben machen wir auch nicht bei deathbott würde ich gar nicht gar nichts dagegen sagen weil das hört doch richtig ich werde nicht angezeigt guck mal ich werde nicht angezeigt ich habe ein bug aber mhm nach einer zeit lang werden werden alles äh dann geht jeder glitch weg von daher das hilft gar nicht wenn man jemand meldet wenn er deathbott benutzt hat jeder hat deathbott benutzt die glitches werden von die glitches kommen und verschwinden jeder hat wahrscheinlich ein Inventar von deathbott und mein ganzes Inventar ist voll von deathbott ich hatte eine ich hab nur eine sache von deathbott und das war's nicht alles junge nur fallen es waren noch sechs junge also wenn du die ganzen fallen noch noch jetzt über drei sechs monate immer noch hast dann super super sparsam ich hab ja kaum gespielt ich hab jetzt wieder die angefangen die letzten beiden erfangenen habe ich gar nicht gespielt was machen wir jetzt für eine mission so jetzt kann ich fallen zerstöre rüstung in einer 140er und also als ob man immer nur eine kannte 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 wie heißt das noch mal katakombe noch mal katakombe pro runde machen kann so jetzt hab ich jetzt hab ich endlich drei überlebenden full blue was entdecken und sammler entdecken und sammeln erledigen und sammeln meinst du scheißegal auf 108 das können wir auch da gibt es ja auch bonus mit 10.000 so habe ich schon ich hab heute noch gar nicht gespielt ich hab nur ähm ich hab alle bonis bis 108 ab abgezockt boah ich hab heute noch gar nicht mal ich hab nur 160 oder gespielt wegen den verbesserer wir können auch rettet die überlebenden 108 das können wir auch ich mach heute so noch mal alle wo man bonus bekommt ja dann lass uns machen ich würd ich würd vielleicht irgendeine 140er mission da wo ich äh was noch machen kann ich kann keine 140er starten erst wenn ich 43 bin ich bin jetzt kurz vor 42 starte mal ja ok gib ihm ab ein viertel fehlt man ungefähr woher krieg vier überlebende verbessern junge ich vielleicht 133 man kann zum beispiel die nacht machen ja aber doch immer noch keinen bonus man kriegt keinen bonus aber man bekommt mindestens mindestens 5k habe ich gehört aber wir können auch datenbeschaffung probieren die vierer 124 er äh nein die 108er reisende ob wir das schaffen 108er das ich will das geht mit 4er bonus obwohl na ich hab mir diese bisher auch hohes level mach rein ich hatte bis slow level OR ich kann schon 108er selber starten ja und ich bin 11 level ne wait 3 vier level von dir entfernt hey sie ach junge und erf maioria geht allgemein so schnell die balken immer ich bin 37 und der ist an 40 ich finde das halben balken vor 42 kommt da kommt mich ja wieder eine suchung man als ob man immer nur eine kriegt und ich hatte die aufgabe nervt richtig krank ich weiß nicht es ist eigentlich egal in welcher zone du die katakomsten sucht 108 muss mindestens sein hat wer konstrukteur mitgenommen ja ich habe keinen also es ist eigentlich so wichtig eigentlich der konstrukteur ja wichtig der ist erregt von meiner preste gespawnt was für zombies sind hier 108 wasser zombies gegen wasser muss man warte natur es sind aber wasser war natur oder feuer rostiges metall also was für die man brauchen noch mal gegen ding wasser feuerwaffe nein natur war das seine natur war das natur also müssen wir holz nehmen holz junge stein stein die machen aber gegen stein mal nicht stimmt gegen stein machen wir auch mehr schaden und das rost wir müssen nur im holz ja man nicht mal kummer rostes metall können wir nicht nehmen und der natur machen hier gegen stein wir können holz ich habe mir eh die mission kommt ja auch mini boss ich meine ja kommt auch mini boss könnte rausquitten ohne entdeck aber kann schaffen das ähnlich ich meine ohne konstrukteur vielleicht könnte einer rausquitten kurz kannst du rausquitten ich könnte auch aber ich will er in decker spielen ich komme gleich wieder bock auf den bärmann das geil was für eine tastatur hast du die vor lautet das nicht schlimm dass sie laut ist aber ich wundere dass immer wie früher nein man stört nicht wollen lennart wie ich früher allerdings hatte war nie so laut ich hab jetzt eiskönig habe ich auch noch einen anderen dann allerdings möchte mitspielen und erfangenen ist zu leon leon ist das ist ein lobby war wenn du gerade angenommen hast ehrlich aber hier ist egal mit lobbybagger oder ist ja nur ein sturm schild oder ich gehe eh nicht schaden nähe das sind lennart 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 fortnacht hat gestern bei einem ja erst nur lennart ist ein anderer die bmw style lennart lennart nwa 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 rette die welt ist ja auch es kann man es gern mal ist so und lobby war gar nicht okay nicht umstellen oder so kann er ja auch hier machen und dann und dann können wir nicht kicken ist doch egal weil er scheiße er kann einfach alles aufmachen und so dann weiß man das ja ich habe nochmal deswegen ich bitte ich mache mich einfach auf abwählen lennart trotzdem das ist doch egal du bist lobbybar 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 du warst gestern du warst gestern lobby du warst gestern bei einem streamer drin ich kann den namen sogar reinschreiben ja ich glaube der kann auch nicht beitreten wegen längst weil wir schon gestartet haben solo wie heißt du bei epic ich schreibe dir mal kurz den youtube namen rein guck mal ich glaube ich habe den schon seht ihr diese nachricht die ich gerade eingeschrieben habe bei dem hat der gestern lobbybar gemacht ich habe es noch gesehen ich habe sogar nadine geschickt und nadine ist eine co-ordnerin von nba also lieber der löschen den 1 ich wollte ihn eines einladen die solo kann aber wenn er nicht hoch genug ist dann geht nicht danke lennart dann hat er ist ein lobbybar da auf welches level bist du unterfangen denn weil du musst glaube ich mindestens 94 oder sonst konntest du dich ein reinkommen hat jemand noch fallen ich habe alles mann 58 an ich rein was du mal raus quillen noch mal 5 minuten dran ist auch so was könntest du denn hier so hinklatschen eigentlich ich werde man ja sehen aber beitreten kann doch nicht ist level 58 und blitz level 130 ja in normal aber in unterfangen denn das 58 in unterfangen ist der level 58 bei den balken ach so dann kann er ja easy beitreten aber was kann was kannst du da kann was der karen jung ich hatte auch gleich 140 er starten also die vierter mindestens noch ein level das weiß ich ja auch 43 und ich bin noch nicht schon 42 nach der mission wer ist normal ohne ballon und erschießen oder doch lassen wir unterschließen oder dass die acht minuten warten da kommt kein minibus man müssen nur elf dateien runterladen kann jemand vielleicht irgendwas am boden fallen dahin platzieren weil ich habe keine ich habe ich habe mit decken luftabwehren wir brauchen alles luftabwehr lasst acht minuten noch warten man bis der ballon online runter kommt wenn du elf dateien zwölf dateien einmal elf ehrlich glaubt mehr also wo ich das mal gemacht habe in öffentlichen lobby muss nur elf datei runterladen da kann man ja kann auch davon ich habe ihn eingeladen er kann ja so beitreten also die anderen noch einmal nehmen das gut wäre gesagt drei minuten ja es sind als zombies die gruppe ist auf öffentlich ich habe die gruppe komplett kaputt gemacht das ist kein lobby war gar oder was das ist kein lobby war keine ahnung weil er gelieft ist weil er gelieft ist weil er gelieft ist und ich meine grüße oben noch ich hatte die gruppe öffentlich weil du mir gruppen an führer gegeben habe ich mache hier ein ding doch hin und hier ist ein ding luftabwehr ich glaube man braucht ein bisschen mehr was luftabwehr ich habe ja nichts habe ich gefunden ich kann ja nicht mal krachten weil ich keine einziges geht es so ich habe doch was gibt es nur hochgelevelt also 56 stück 7 die anderen nicht weil ich halt auch in einem tag ich kann was anderes machen aber wenn ich jetzt das jetzt macht er kann er nicht mehr bei er kann er nicht mehr beitreten oder wenn ich mein ding siehren machen verteidiger posten weil wir zu 14 kann man hier keinen unterfangen kann man dann kann man kein verteidiger platzieren nein man kann man ehrlich nicht auch privat doch er kann man er wird der posten wird halt nur gekickt praktisch ja mach einfach so lange ich habe ich kann das mal doch ich man könnte die machen und epic von den gründer paket früher die kleine mit epic von auf dem shirt ich habe halt nur als könig sonst nichts was ist noch drinne ich habe halt nur als könig sonst nichts was ist noch drinne du hast doch du hast doch allerdings bodengefrierer als skizze kannst du darf gleich noch hier vor jeder Wanddynamo noch einen hin platzieren Timon ist gerade auf K Nein man Ah Ich hatte mal den anderen Sorry So Von hier aus können wir starten Wir müssen eigentlich nicht die Hins abwarten Wollte ich auch schon aber die anderen beiden hatten Angst Das schaffen wir jetzt schon alles gut Wenn du den Ding jetzt an der Basis placest Dann passt das schon Ich hätte direkt den Anfang schon gestartet Wozu soll man hier mal 14 Minuten warten Junge wir sind jetzt schon fertig in der Mission Warte wir kommen hoch Ja bitte jetzt nicht da oben die Basis in den Placen Ich würde dann erst raus Ihr hättet eigentlich auch aus Stein bauen können Das macht glaube ich keinen Unterschied Also nicht so einen großen Stein rostet dann hier vielleicht Stein rostet schon mal gar nicht Ja Metall rostet dann Aber es ist glaube ich Das kommt glaube ich auch selber raus Wenn die Machen glaube ich genauso viel Damage Wenn die da drauf bitten auf Stein Wie als jetzt auf das Holz So Wenn ich Audrey mache Hier liegt dann noch kein Verteidiger Ich glaube schon ja Aber hier wird auch mal gegriffen Ach der ist ja doch noch da Jaja der ist irgendwie nicht rausgeflogen Fürs auch nicht Es wäre glaube ich ein bisschen schlauer gewesen Wenn ihr mit eurem Banner gewartet hättet Bis es so noch anfängt Weil so müsst ihr jetzt wieder warten Ich kann meinen Banner placen Achso Ja ne da Ich dachte nur weil da jetzt schon In der Datenbeschaffung drinnen war Jaja das war meins Achso ja dann kannst du da Oder hast du den Cooldown schon wieder abgewartet Ich hab den Cooldown jetzt abgewartet Was ist denn hier los der? Warum hat der hier so viel gelästert? Gute Frage Ein bisschen wegschmelzern die der da Das ist ein Propan Hat sie denn was getroffen? Ne ne Ist unser Schnatterr da Alles Schnatterr Ja wir sind ein paar Hexen würde ich sagen Oh ich bin geboren Na Wir müssen vielleicht unten auch Luftabwehren placen Für die Propanis Ja hier unten ist ganz schön low du Werden die Propanis dann auch abgewerfen würde? Mhm Wenn du dich nicht grad hervorstellst Dass sie auf den Boden werfen dann ja Das sind deine Basis Ah innen der Treppenbewerbung Ich hab meine gar nicht erst geplaced Ich hab meine gar nicht erst geplaced Ich glaub ich geplaced Oh mein Junge was ist denn Das war keiner Nein nein ich spiel äh Soldaten falls es mir nie passt Oder Smasher oder so kommt Wie ist denn hier fertig? Das ist ja ordentlich Das hielt mich sogar ein bisschen Ich hab meine gar nicht Wollen denn da Wer die Propanis dann einfach schießen Welches Splits k scichst du nochmal? 138 Foto Best dije, meine Freundschaftslage Ich darf nicht gleich machen Aber bitte stell dich doch mal Nicht die ganze Zeit da unten hin Digga Das ich sie bisschen dunkel Wenn die Werfer da die ganze Zeit hinschieß Ich geh hier oben die ganze Zeit Ah da ist ein Minibus Der kommt durch Uh Was Was hatn der Wasser nun? hier ist aber auch wieder absolut das ganze das ganze ding jetzt an laser und alles ist ja ich habe vergessen kanter katakomben einzusammeln also gucken die gibt es ja nicht die gibt es noch bestimmten karten da gibt es dann irgendwie drei oder vier stück ich dachte mal nur eine promission du kannst drei oder vier promission bekommen wenn du weißt wo du suchen musst ich kann dir das gleich zeigen ich brauche noch drei stück genau ich werde mit guckmann für gleich gibt es gleich zu dir sondern ist ein schnittsdaten ja ich bin es da ist ein smasher ja Das ist doof. Ich brauch diese Rüstungen. Das ist klar, Dicci. Sein Kind schreit. Nennen wir auch. Was für dein Kind schreit? Ja, nicht deins. Ich mein den anderen. Ja, sein Bruder. Ja, weiß ich, dumme. Er hat doch kein Kind. Er hat sich ganz wie 13. 14. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer alter ist. Du kannst mir doch nicht sagen, dass er sich anhält, wie er älter als 16 oder so. Keine Ahnung. Was stehst du denn dazu? Ne, jetzt alles ein bisschen ganz schmalt, Dicci. Was meinst du? Was an der Basis gibt, ist das was ging? Mini-Boss, Mini-Boss. Naja, tschüss, das ist ein kleiner. Der hat aber auch Wand, Dicci, dass das so ist. Na, ich mach den Alter für Schaden. Ja, so lange lasst du das, versuchst ihn einfach nicht auf dieser Box rauszubekommen, dass er hier drinne bleibt. So, eigentlich. So, eigentlich. Du kannst mir meine Bruder wieder weg. Kannst du mit Adria oder Dirk? Warte, das ist gut. Wo ist denn der? Ah, hier ist offen. Könnt ihr mal hinzumachen? Das kann ich dem Minibus drücken. Hä, meine Minigun schießt er einfach nicht, Digga? Ja, ich mach dem Auto halt viel Schaden. Wo ist denn der Minibus? Ja, hier, Digga, der hat auch wieder wegstoßen auf ihr und nichts. Da ist ihm gar keinen Schaden besitzt. Hm? Ich mach die ganze Zeit den Schaden, Digga. Mit der Minigun. Der Junge, der fährt das so ab und sind kommend so wegstoßen die ganze Zeit. Hm, 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 hm. Ich glaub, noch 4 Dateien leider. Es würde da nicht runtergeschossen werden, wenn wir fertig. Kriegst aber auch weniger XP? Ja. dass man genauso viel xp bekommt für die hälfte der arbeit das ist halt also man bekommt man bekommt gleich viel xp aber sonst nichts sollten die leute dann die mission dann komplett machen wenn sie nur die hälfte dafür machen müssen dann die mission bekommen ich weiß nicht mal meistens wissen das war nicht wie ich es zur hälfte rausgefunden habe die hälfte macht spießen den einfach runter und fertig kommt halt wird doch einfach wenn du wenn du die leute die meisten macht die bauen halt auch einfach gut und die schaffen dann auch einfach die 16 will noch diese und ist dann nicht egal ob du dinge machst weil die zeit ist ja die selbe das warst du nicht zeit dazu sagen jeder findet das anders halt ja ich dachte das bringt dir halt keinen besonderen vorteil außer halt dass du ein paar weniger ich bin zum beispiel ich mache lieber nicht machen lieber weniger wenn ich bekomme dafür gleich viel xp ja ich meine das ist es kommt halt auf die selbe zeit raus weil du wartest ja wie lang wartest du dann länger 10 minuten oder so nicht sind 14 minuten ja ins gesamt man wartet einfach nur 16 minuten irgendwie die taten werden beschädigt die taten wurden eben beschädigt ja nein man sonst wäre das ding rot hast du keine wiederverwaltung in der basis oder was was hast du denn dann schon gar nix oh gott junge das war nicht junge ich hab nur zwei konstrukteure hä wieso folge mir das hättest du vielleicht einmal sagen können dann hätt ich selber noch ein konstrukteur genommen das hättest du vielleicht noch mal ein berg immer platziert dann verteidige aber man bär macht auch mal viel schaden in dem bär richtig cool und in den deck das ist eigentlich auch der beste entdecker mit schaden den ich habe die puppe ja da gibt es noch ein set-up zu aber ja so im prinzip schon boah jetzt komm boah stark dicker sehr stark ich weiß nicht was ich jetzt für äh dings vielleicht weißt du es besser äh cyborg oder wie du heißt hallo wenn irgendwelche mission können wir jetzt an den starten sie warte mal kurz ich rät gerade mit ihm nur 40 oder wir können eh 140 gestatten weil ich die starten kann aber ja was ist denn jetzt hier ich hab ein helden ticket gerade gekriegt was welchen helden lohnt sich am besten rauszuziehen ja wohl ja einfach abrocknen würde ich sagen das ist glaube ich das beste also wie heißt der warte bei event anhängern bei rockige helden heißen die glaube ich den der warte ist so einfach abrocknen dass du ziemlich das beste für msk und so das meister eigentlich macht man damit ja wenn du das mit noch so einer anderen als in groß und zwei rockige helden wenn du das mit keks boxen dinge ist dann kriegst du warte lass mich kurz gucken ich musste dann kriegst du kritische trefferwertung um 160 prozent und ja also du machst dann viel mehr kritz und kannst dann deine ganzen wochen nicht mehr auf 3 trefferwert was wird er sich dann an zweiter stelle lohnen keine hand liga obwohl die exklusiv vergangen hat oder so so habe ich die ersten beiden die sich die leute mal holen aber dafür braucht man ja zwei sachen ja ich es gibt keine ahnung ich habe sonst nichts was man sich so um den ton will was jetzt bringt der wolf was den kannst du kannst du gerade spiel dieser komische wolf gerade bekommen der versteht nicht immer den er spielt haben nicht nur so viele gesagt er versteht da nicht also soll ich mir denn die stöhne raushauen ja mach halt ja ich glaub ich ganz gut ey bei zerstörung ne bei zerstörung die sind dann glaub ich gleich ach ne ich bin gar nicht guckmann vielleicht muss nur einer machen ja warte ich geb dir gleich zerstöre rüstung in einer 140er wie 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 wo muss ich denn den reintun einfach abrocknen anstatt holen nein du musst dann einfach nur einmal kaufen du kannst dir dann direkt in die sammlung tun der bringt dir so nichts du brauchst nur das vorteil den vorteil aber ich hab dann halt nicht drei vorteil ne ja nee abrocknen ist auch mehr maximal besser als treffersprung ok das rief gewährt außerdem heilung in höhe von 73,75 und kam die und die kriege äh 2 krass hockige helden ich hab aber nur einen hm Junge wie kann man nur einen haben man was denn kann man nur einen haben was denn kann man nur einen haben au 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 ach Ey könnte ich mal kurz kremen an ich will mal etwas gucken Nö ich bräuchte mal langsam an orde 댓設se um irgendwie so einen schaden anderer mit katakomben junge ich brauche die unbedingt das wäre geil wenn eine 140er dann kann ich rüstungen können wir vielleicht diese lager zur steuer machen ja da kriegt er aber keine dinge die 140 ja sie können doch erstmal die erledigen und sammeln machen gibt es auch da gibt es auch da ich da muss mich aber bei den schlössern gibt es halt mehr aber ich habe keine lusten in zwei atlas oder so ein kaputt zu machen dinge weil ich würde rüstungsteile gerne suchen können auch in den bogen das jetzt erledigen und sammeln was machen wir jetzt erledigen und sammeln da musst du mal gucken die meisten gibt es halt auf diesem häxylvanienschloss da muss da mal gucken ob du den irgendwie mal eine mission einfacher bekommst dann gucken wir doch mal nach katakomben was denn das hier natur sind es eigentlich auch wenn ich die dinge einsammeln die katakomben oder ich weiß nicht genau du musst ja durchlaufen du musst das kaputt machen und dann durchlaufen ich kann ja auch so ist nicht kann man mal ausprobieren dann gucke ich einfach wir müssen ein oder zwei sein ich kann dir gleich ein paar zu stellen wir freuen über diesen markplatz die eigentlich immer kommst du dich also hast ja eine ja habe ich also ich habe jetzt hier genau hier sind glaube ich noch welche hier habe ich ein ich habe gerade eins markiert da war auch eine spektralklinge in der runde jetzt habe ich fünf rüstungsteile das ist lecker einfach jetzt mit dem ich bin das nächste runde fertig diese runde könnte ich auch werde ich habe ich bin fertig mit der aufgabe ich habe schon mal ist anscheinend hier in einer reihe und da stand ja timo kann man ja ja hier ist allerdings ist eine kraft ja hier sind sogar zombies drinnen dankeschön warum ich hätte verkackt was hast du verkackt ich hätte es verkackt er hat gezählt man ich weiß drei von fünf ja warte hier müssen eigentlich noch welche sein weil die hier dachte ich eigentlich nicht dass es die hier gibt wird ist ja aber safe nicht verkackt wo sind diese dunkle jetzt hätte ich hätte ich den weggeheckt hier bei mir ich glaube wir müssen aber auch ein paar zombies schon mal töten ich will nur noch grad gucken irgendwo die dinge sind das schaffen wir doch easy was ist denn die zone in dem automaten da? ja easy safe ja äh nix gutes glaube ich ich habe glaube ich nichts gutes bekommen scheiße ich habe mein mini die ganze zeit habe nicht genommen aber sind diese komischen hütten die hier sonst immer sind ne ist diese halt diese buggy waffe womit man das spiel zum crashen bringen kann bei schlechten pcs und so achso ja diese wo man so mit dem kopf drehen kann dass sie in der luft so ähm das soll ich nicht meine hier geht es eigentlich safe auch runter ja ich habe die kraft gefunden aber ich glaube das ist keine kraft ist einfach nur ein keller ich weiß nicht genau moin full carry zählt das? hm hm hat nicht gezählt na warte mal warte mal warte mal hier gibt es vielleicht nur einen tieferen eingang jung was ist das für eine riesen Höhle boah das das ist so geil dass äh das mir jetzt auch bei diesen komischen aufgaben geholfen wird auch digga das ist das oder vielleicht ist das warte mal schon mal ich weiß nicht ich habe nur noch ich gehe gleich auf die nächste grinden ah ne das ist einfach nur so ein komischer turm hier digga wo bin ich denn jetzt hier gelandet digga ja anscheinend gibt es ne damage denn hier doch auch nur eine ich dachte es gäbe irgendwie mehr hier ja das ist im moment voll vielleicht kannst du mit ähm später will ich spielen auf kein fall so ich hätte aber brian ich hätte bei dir gedacht dass du einfach nur nwa im namen hast weil ich habe noch nie was von normal nwa gehört kannst du nicht den normalen enden nichts rdw na nwa klang ich denke überhaupt weil dieses nwa kommt das ganz alte nwa ich glaube ein kollege von dir ist hier im chat drin und ich soll dich fragen was bei dir geht ne wir haben nicht viel halt hier unterfang gelesen ach hab ich schon gelesen ne ne ich weiß aber als du gesagt hast voll carrier voll carrier cast nehme ich an der wollte eben schon beitreten aber wir sind ja da voll deswegen ach was sind die ganzen äh müssen wir aber nicht langsam anfangen mit dem eliminieren wir müssen noch schon fast fertig ja hey so das haben wir gleich fertig die spawnen ja eh wie keine ahnung was also von daher passt das schon na was hast du noch für aufgaben hier der der 140er braucht oder bist du sonst mit allem fertig also ich habe alles fertig auch noch das mit katakomben ok und ich brauche jetzt halt noch eine 124er firma atlas ne digga ja die ehrlich hat sich ja noch nicht machen hä warum brauchst du eine firma atlas mission weil das die endaufgabe ist von mission erledigen oder wie das heißt aber du brauchst keine firma du brauchst keine vier spieler firma atlas normalen fähre atlas machen einfach hm das ist halt relativ entspannt das ist ein kollege auf maximum ich habe keine ahnung wie normal nicht ne der ist ja 123 124 glaube ich aber ja ok wir sind ja schon durch genau soja das geht schnell ich mach gleich eine 5er zone an und jeder 300 millionen kills machen papa ich hatte letztens so voll den komischen pack ich konnte einfach in gruften einfach eine blitzlevel 5er zone alleine starten so irgendwie voll komisch hallo hallo ne ich hätte mich selber wieder bewegt ach ich weiß schon wer du bist wir waren gestern da in der base drin oder dass wir ähm die ganzen also wo wir da gebaut haben ich glaub der war's ich glaub ähm da warst du ja boah ich muss heute noch meine base komplett upgraden war ich da auch dabei simon ja er weiß es nicht mehr voll carry war ich da dabei klar voll carry freeze ich weiß nicht warum aber ich hab jetzt schon bei ganz ganz vielen kleinen streamern so so richtig oft mod bekommen nur weil ich einmal gedupt habe habe ja digga das ist jetzt spott digga ich hab da dreimal reingedubed die haben mir mod gegeben und waren nur zwei zuschauer wie hieß der wie hieß der was ist weißt du wieder hieß der der mod gegeben hat ach ich hab bei gefühlt jeden kleinen fortnet streamer ja stopp stopp ne ich mach das nicht digga diese neue duping methode ist heute und es gibt jetzt noch eine neue die ich nicht weiß aber da wo wo man seine sachen da irgendwie droppt digga das ist mir zu risky falls das nicht geht digga und dann irgend so ein schmock digga meine ganzen sachen hat normal das richtig riskant aber wenn man das unter kollegen macht es ja eigentlich easy unter kollegen soll aber jetzt nicht irgendwelchen dass die einem bisschen wieder zurückgeben also ich habe das jetzt paar mal gemacht und mir hat immer geklappt bei mir hat es bei uns hat es immer noch nicht geklappt weil die ganze zeit vergessen weil wir nicht gewusst haben dass man dass er pc spieler nicht so 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 öffentlich starten es war doch noch keiner von die machen wir auch einfach richtiger wir machen keine 124 atlas habe ich gerade beschlossen mit wasser und rostendes metall sehe ich jetzt eher weniger drin jetzt muss halt irgendwie eine aussetzung oder so wollte der eine wollte doch eh was machen dann spiel kurz ohne mich mache ich jetzt so erstmal weg du brauchst doch die du brauchst die katakombe ich muss erst mal mit hunden draus deswegen ich bin hier erstmal zu viert ich brauche ihn noch zwei katakomben das ist easy man das kein problem dann noch aussetzen möchte ich jetzt in der mission findet ich habe letztens mit radar hat letztens ein erstes msk gemacht was also warst du dabei über ich würde sogar ehrlich sagen könnte es auch den schaffen so habe ich das genug mache ja ich habe es dann muss jetzt also ich habe es bis jetzt bis zur endphase geschafft und also halt bis zum zweiten horn und dann würde ich irgendwie so regieren dass man die was runter gebaut ich werde jetzt für die hilde die es gibt noch nicht mal den ersten minibus da und die gericht der jahr lacht mich weg und ich bin tot doch aber nicht im solo msk digga ich bin da überfordert digga wenn ich im kunai bin zieht er direkt laser auf mich der msk musst du immer warten digga dass das richtig ehrenlos ist macht er immer digga das ist echt das ist halt nicht so nur so du bist zieht er immer laser auf dich wenn du bist immer ist es von der vierziger zone naja klar ne 10er zone was die 102er zone was sie machen was muss ich jetzt machen das kann ich nur selbst eliminieren das kannst du ja nicht machen das sind die hexen das sind die hexen die kannst du nicht machen das ist schon ein körper den solo kämpfer dinge welche hexen sind das einfach die ganze doch die kann ich aber nicht so viele hier die kannst du ja nicht so viel hier bei defense position wie wie nennt sich das reit auf dem blitz oder so oder genau oder datenbeschaffung also ich habe ich schon zwei gefunden du brauchst aber auch legit einfach 100 tage ich habe aber schon 33 ich habe die aufgabe schon gebeten verteilt digga ich habe gerade und ich habe immer dieselben gemacht hey jungs geht doch mal weg geht doch mal weg jetzt stimmt ich weiß nicht wenn es bei wenn es bei euch ob es bei euch auch zählt wenn ihr die tötet du musst ja diesen mindestens einmal ja das ist halt du ich habe jetzt ein todesheil gekauft 1 2 naja kitzelt machen auch so ich habe die aufgabe schon längst diese nicht meinen tägliche da sind auch noch mal was hast du für ein silkson bogen ich habe ein setup dafür wie meinst du ach so der bogen ist 126 aber der ist scheiße gewöhnt irgendetwas von diesen explodern da was so ja gut gegenseitig mal wissen früher sagen können wir waren eben wieder 200.000 stück gefüllt aber das ist ja auch ganz einfach einfach reparieren den schutzbunker und lass einfach einmal verkacken also das einfach einen den ersten dann findest du den easy dann kriegst du die ich hab ich hab jetzt schon 41 hexen das ist definitiv keine kraft immer noch die ersten mädchen musst du so oder so immer machen bei der ersten mädchen musst du so oder so immer machen bei der ersten mädchen musst du so oder so immer machen bei der ersten mädchen hast du dir auch das dauert hier nicht so lange ich habe eine sturmtruhe spielst du das auch ding ist auch steinheitsfahrer hier war ein exploder ich habe das ja sogar gehettet mit deinem bogen das ist ja auch eine hexe ich brauche die halt also ich habe gesagt diese troten gespont die waren ich aus dem lager glaube ich ich will halt nur hexen töten hexen spawnen in den lagern meistens schlafen und wie immer auf den an den rändern der map oder so müsste ich da schon davor dann hätte ich die diese ganzen die ganzen zeit getötet die die jetzt in der darmelschaffung eben locker easy alle bekommen die andere ist auf der komplett anderen seite ich bräuchte mal einen besseren ding jetzt dinge die sind so ranzig ich habe legit einfach einschlag schaden quitschaden verlangsamen und schaden durch diese waffe bremst ziele sechs sekunden lang aus jetzt kann ich meinen 100 ich habe doppel schaden und doppel da hier 45 propanis jungs nix kill dir ja ich brauche aber auch ich muss kurz die java walkie rausholen ja ich setze erst mal mitten in die zombies rein und dann erstmal den java walkie rausholen warte mal wir sollten vielleicht mal die hexe töten schon mal so jetzt aber da ist noch eine und da ist noch eine ok habe die aufgabe fertig ok gut ich weiß nicht ob man wenn man da keinen einschlag drauf hat ob man dann auch die mini was zu wechseln kann auf dem ist er ganz gut aber jetzt wollte ich wieder ja kommen wir jetzt wieder fünf stück diga loll komm jetzt schießen mit einem 180er bogen was nicht stirbt diga komm jetzt ja ja das war bei meinem 99er auch so diga der hatte die fast die perfekten perks aber macht halt einfach zu wenig schaden was hat er für perks nachlade einschlag rückstoßvermeidung schaden 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 pro sekunde das sps ist auch nicht von auszumachen also ist dein ziel umbogen kann auch sein dass der mit wenn du da vier mal der mit drauf was er macht ja auch nicht anders im perfekt aber bringt weniger es ist einfach nicht über die hinterher uns mit minecraft diga er war ja ich wollte eigentlich war ja sagen aber dann ist meine kraft er kommt mit minecraft diga ja mein kraft mario macht diga er ist der solo kämpfer normal ich weiß auch nicht jemand da drauf kommt diga auf solo kämpfer der solo kypter was ist der kypter oh normal diga so aber das sind dann diese komischen das sind ja diese bienen die hasse ich jedes mal aber das gefühlt die aufgabe zählt nie ach so dass du musst auch die ich glaube das zählen sogar noti die damit machen also nicht die die der mit dem machen sondern die die gebäuden schaden machen die mit den lilanen totenköpfen das sind halt diese komischen hecken die die diese bienen normalen hexen keine bienenstöcke hexen normale hexen einfach nur die hexen nicht diese zombies mit dem mit dem bienenstock ding da normalen hexen und seit dem ding jetzt seitdem man keine wie weiß mit rdw verbrauchen kann ich bin einfach rich geworden aber 5075 nur durch reite die welt ich muss mir selber bruno maas kaufen obwohl ich das mit kaufen brauner maas bruno maas ich will zwar gerichtet und wieder das stetige ich muss mir kurz eine runde spielen zu machen spiel zu animation so das ist so nicht karten stunden doch eigentlich schon karten spielt so die richtung geht das weil jetzt habe ich schon bis 230er wochen innerhalb von zehn sekunden das ist ja so eine verarsche habe ich gerade festgestellt und dann schießt der fall ist da immer noch drin in diesem ding der tut soll es aber frei auswechseln ja ja ich weiß ja das ist doch das ist doch die jetzt nicht pro methoden zu passen von den spielern die kammer jetzt tötet ihr doch endlich dankeschön das ist jetzt keine sechs menschen werden die gar nicht schon sagen dinge besser ist es der starre ist es wieder live echt was stimmt er dann ja der macht den youtube der macht den das wohl der ist auch so schlecht mit loyal ich weiß dir bei gott sogar niemand kann so schlecht sein wie er dinge oder battle royale ist allgemein kacke dinge ja aber erst einmal dazu noch so was soll das denn ich weiß nicht ich gehe nur auf die skins eigentlich wenn halt zum beispiel es gibt ja ein doofes limit in unterfangenen an xp halt in reti die wert er gesagt nach wenn ich dies limit erreicht habe gehe ich einfach beerdr zocken und mache aufgaben ja ich bin schon ich schon durch die ganze leute her findet die gar mit diesem reaktivierungs aufträgen der junge ich finde nie jemanden der das hat das faktor ist ich abdecke die ich finde ein weg weg von geldiger ich will sich einfach noch mal ich kriege ich habe das jetzt 80 points oder so die gar nicht die reaktivierung zu bekommen ja ich weiß aber die bekommst du ich bekomme die einfach nicht solche sagen wie du diese aufgaben bekommen also wie das geht ich habe noch keine mails dafür halt hast du an die passen zum beispiel ein huawei ich habe samsung dabei sagen sie geht es halt bei samsung das geht es halt schlecht ich habe zum beispiel ich habe ein huawei darauf kann ich fortnite installieren weil weil es weil es kein play store hat das hat da habe ich eine andere da habe ich so ein gehacktes play store gesagt so haben wir wie es heißt kann man das auch hinterladen so ist noch nicht auch gut er kann ich nur mich mal wieder gar kein handy du brauchst gar nichts einfach die aufgaben seid ihr wirklich im nwr-clan ich habe ich habe eben jemanden aus nwr gefragt du bist gar nicht mehr hat er gesagt welchen wer schilder 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 kennst du mal die nun schilder kennst du kennst du kannst du ja so ein jahr so das ist aber das auch so dass wir in der fragezeichen da sondern zwischen keine ahnung kenne ich nicht ich kenne nur nadine und schilder wer ist das ich habe ich habe nadine eben gefragt ob hier diese brian ich bin nicht im rd a rd w nwa immer noch habe ich ich habe ja nadine auch gefragt ihr hat nein gesagt ich bin ja wie heißt du in real life hier ding wenn wir ein fragezeichen ja denk mal nach wie heißt denn nwr prime ja ich war in diesem fragezeichen hier sonderzeichen david ja okay die hat nämlich die hat nämlich ah ja ich habe nadine eben gefragt und dann meinte sie ja david hat mich das auch schon gefragt guck mal siehst du da ein guck mal siehst du da an der seite das ist so ein nwa david das bin ich weil die bei nwa mit member nwa david das bin ich ich bin ich bin nicht mehr auf diesem server ich habe aus versehen gelieft aus versehen auf den spot nee ich habe alles dann hast du auch ein aus versehen ein bann bekommen ich weiß nicht ob ich gelieft habe ich weiß auch nicht mal ob ich mit drauf war digger hier ist das server noch mal nba rdw ne da war ich noch nicht drauf boah digga das ist jetzt zu höchstreifen nur nwa community digga kleiner huelen die ganze community server irgendwie sowas hieß es also soll ich dich vielleicht einladen ja sag mal kurz discord n punkt n klein ist ja n groß sein klein n punkt ja w punkt ja a unterstrich ja die große oder klein ist die klein alles klein ja b und hashtag hashtag 33 27 ich bin ein vertreten das war zu machen wir das machen wir das machen wir gleich machen wir das haben wir das haben wir das habe ich damals mit office kommt aus dieser vertreten warte warte es gibt noch nicht doch mal Covid ja Leute einladen noch mal wie ich bin gebannt auf diesem server die ganze einmal gebannt immer gebannt so ist der sprichwort von dings sprichwort von schiller einmal gebannt immer gebannt ich habe ehrlich gesagt nicht was immer alle mit einfach geläffnet ist einmal zu viel machen wir die stammtisch ich finde es aber echt stabil wie die leute einfach alle in der nba drin sind und die meister einfach davon nicht wissen was das eigentlich woher das eigentlich kommt ich bin halt nicht im rdw nba sondern im normalen nba das hat auch nichts mit nba ich glaube du wirst ja nicht entband wie einmal gebannt immer gebannt oder ich war noch nie auf diesen discourten doch direkte kann man nicht der was geht denn da abwegung ich war doch auch meine drüben und umgeben gut als maul als maul als maul ist die so wüsst ich schon jetzt überhaupt los bei mir bei den ganz ich bin wieder da man stabil was geht schlag mal deine bruder auf zehn gruppen gefunden habe ich schon seit ihr noch zu viert jetzt also ich kenne das hier keine ahnung weiß ich nicht ich habe noch nie ohne richtig gezockt das geht jetzt auf der jungs ich versuche gerade mein ganzes inventar voll zu machen oder was ich hab dir noch ein ding geschickt ich kann noch ich hab dir noch ein ding geschickt das geht denn schon wieder ab ich habe die ganzen zeit die schlagen und der andere schlägt schwache leistung das ist einfach schlagen eine hat an der ersten rat beinerung des ich schau ihn gleich in die lunge warte ich stumm mich mal kurz stumm ihn einfach denke ich war einfach dein bruder regger genau einfach so ein live kurz zum tasse drücken das ist jetzt mal was habe ich gerade bekommen das habe ich gerade bekommen die was habe ich bekommen wo bekomme ich jetzt 15 davon nach dem macchiato 25 jetzt muss doch sechs tage spielen dafür auch mal spiel zu den solitär oder was ja ich krieg sogar freitiger let's go das gibt die baba kombi doch das ist gut das ist doch gut klaren oder was unser disco wenn man das fakt so ab ich kann einfach keine dinge zu machen ich bekomme keine xp in diesem dreck spiel ich brauchte zähne dafür musste ich mich eigentlich da anmelden weil ich kann mich einfach nicht anmelde es geht einfach natürlich dinge ich denke so nur die einfach nicht es gibt keine methode wie ich gerade hochkomme denke dass fach ich ab ja was dieses stores ja auch das gott das korrekt was ist dieses hypes gott dieses bravery hypes gott keine ahnung was da ist dann jetzt wieder sich das update oder was ja oder ich muss ja kurz gucken wo ist denn das versteht und das bei manchen leuten neben also aus wenn du ding hast wenn die nitro haben oder so dann steht das neben diesen nitro zeichnen nein ich habe keinen ich habe keinen der das hat digga das ist das problem hast du das gott nitro oder so nee aber das gott die prozeichen aus das ist so auf jeden fall ist es also das ist das hast du nicht wenn die nitro sondern da steht halt ist einfach so ein komischer bad manner und wenn man da drauf tritt dann steht da weil wir wie heißt gut guck mal nadine hat zum beispiel ich bin in dem discord nicht drin nadine hat zum timo schick mal einfach fahrmann dann kommen später können wir noch zusammen zocken wenn du möchtest sollte einem sie wäre empfohlen sie angepinnt und epic name 28 februar ich gucke jetzt das ding wenn du kennst dann der bus geht schon seit dem 21 dezember was für mission macht ihr gerade gerade machen wir gar keine wissen kann draußen gucken wollen wer hier wie was macht das hat die ganze mission wir sind gerade raus gekommen wechsel ich irgendwann bekomme ich mein ticket 13 und 20 13 und 20 bekomme ich mein ticket bei der wird 13 und 20 hier nein ich meine mein letzter kauf diese tickets steht doch daher einstellungen und dann bei dieses menschen 12 10 22 ich kann sogar wieder was mitgeben 0 wir haben genau genau den tag mit der steht genau alles ich bekomme gar nichts gar nichts gar nichts ich habe jetzt mein ding jetzt zum glück ich habe jetzt wieder eins aber ich weiß nicht ich weiß es ist nirgendwo würdiger weil ich sie dringend wie ich brauche ich meine ich hast du dann schon gelöst oder so das steht doch da oder nicht zwölfter 10 2022 wir haben den zwölften zehnten 2000 dauert das vielleicht noch so ein paar stunden oder so oder du hast einfach nicht passt und jetzt dann wird irgendwas gekauft ja das ist doch da oder nicht am ersten habe ich habe ich was gekauft dann kannst du das das geht aber gar nicht wenn wir zu 15 bitte schön schenken könnten wir irgendwie wir werden ja bei mir steht verfügbar am 12 10 22 verfügbar am 12 10 23 verfügbar am 12 10 23 verfügbar am mir auf 11 24 aber warum auf einer älter amt beim 24 wachst du waffen möchtest du dann haben man nicht was ich verschenke die waffen dies hier meine skizzen keine ahnung was du davon brauchst na ich könnte die umsonst kraften wenn du möchtest war ja noch so auch nicht hochgelevelt einer müsste halt raus das schimmer wenn es ein bisschen lust hat er ausgehen würde drei missionen das teamer ist ja schon selbst eigentlich so hoch dass er selber 140 fast starten kann wo soll ich rauskinder wer soll rausgehen mir ist egal ich kann es nur drauf wenn ihr zu viert war das spielen wollte ich weiß nicht ich würde auch ich kann auch rausgehen ist das egal mir ist auch egal wenn entscheide du mann kicken dann raus alles gut nein mann hat immer scheiße man mann man kann nur zu viel das fakt voll ab ich würde uns auch einfach raus ich wäre auch ausgegangen oder soll ich lieber rausgehen ladet den wieder ein ich weiß nicht weil ich kein bock mehr auf unterfang ich brauche aber ich spiele ich muss noch unterfangen nennen weil ich muss auch noch ein maximum werden ich mache bei x also heiliger 140 mal überleben wir die nacht schaffen wir nicht doch safe komm schaffen wir wir sagen dass du alles alleine machen musst wir machen das alle ja komm ich weiß nur dass ich gleich meinen ausdauer weiter bau oder so kannst du jetzt weiterbauen du musst nicht mehr im unterfangen schwere noch keine lust hast noch ja aber das wäre halt das wäre halt geil ich würde noch fahren da 40er tun gerne ich habe doch jetzt auch schon was 140 starten man ich brauche jetzt noch zwei balken das ist ein oder zwei mission normal ich habe ihn schon gesagt man aber nicht mal geschrieben ich hätte auch überlegen die nacht gemacht eigentlich weil es gibt sonst nichts geiles dass wir noch nicht gemacht haben ich hasse meine brüder so hart warum was machen die schreien ist auch nicht schlimm dann muss ich aber bei den meisten zuhören muss ich dann geschwinkt sein das hasse ich manche finden das ok leckerer bull was für andere bull welchen welche sorte grün das neue und von dieser sommer edition das ist auch ein grünes rausgekommen das ist das ist das ist so turkis ist das neue so turkis das ist so sind wir das ist ja womit ist das magst du das auch noch schon nicht probiert war das bei junger schrecklich gut naja hast du wieder dein ding ist 140 ambition ja das ist eine hundertpünziger hier hast du wieder dein katakombe oh manu ist lebt bei mir wieder ich haße das wo hier unten ja im keller guck mal noch wo war das denn noch mal brauche noch zwei stück guck mal zu mir glaube ich war das da irgendwo ich weiß glaube nicht wo das ist ey schade aber ich weiß hier ist eine katakombe da kann ich dir versichern 100% war hier eine katakombe ich brauche halt diese komischen hexen ich will ganz danke hexen so schwer man findet man findet ja nicht immer doch die sind überall bei mir ist eine ein schiff auf ein schiff auf ich gehe mal die schwebwacken naja jungs das ist eine krankenschwester die hausse ich ebenfalls das ist eine krankenschwester die hausse ich gehe gleich in 50er mission rein und macht diese scheiß aufgaben hast du nicht schon gerade gesagt er macht das jetzt stirbt doch mal schweber digger geht nicht zu nahe schweber geht nicht zu nahe schweber ich wirst so zieht sich adequ ich zeichn ich habe sie ich habe alles ich hatte ich vor wenn er einen schaden macht oder meinem der geys�ische firma an der hand ist och jetzt müssen wir wieder weg, sonst hält er sich Mann, Junge, ey ich bin nicht zu nah dran, ich bin auch nicht bei euch bei mir ist noch einer, was bedeutet NWA denn, weiß ich doch nicht, ja gut, du bist ein NWA-Klan und weiß nicht immer was es bedeutet, was ist nicht der richtige NWA, ja Junge, wenn man so ein Klan ist, muss man doch wissen was es bedeutet, was bedeutet, was bedeutet das ja, ich bin doch nicht in den Klan der ist halt nur nicht mal im richtigen NWA-Klan XT natürlich nein nein doch das ist ein anderer NWA-Klan ja, aber du weißt doch, Junge NWA und so bei Sheila ist das der RDW-Klan ja, aber es gibt nur RDW nein, bist du behindert du bist du nicht NWA mit Punkten NWA mit Punkten ist der, der Rette die Welt, der normale ist der größere, wie viele Member habt ihr bei euch? keine Ahnung, ach ich weiß gar nicht 2000 2337 nee, 2000 2037 ich weiß nicht offline, ne offline, ne ich bin gedacht ja, und dann, was, wie viel, wie viel hat dein normaler in der Erde? weiß ich nicht ja, du musst ja wissen, weil du bist ja drin also ja ich weiß es nicht, weil ich das nicht sehen kann leider ich weiß ja nicht so ich weiß nicht, weil ich nicht drin bin da steht äh, bei uns steht ja zum Beispiel gar nicht äh wie viele offline sind, sonst wüsste ich das ich könnte aber sagen, wie viele online sind ich muss weg, ich muss weg vom Schöber warte kurz ich sag die gleich sogar von jedem wie viele online sind, warte also Co-Owner äh Nadine RIP Admin ähm Ticket-Supporter Leandro ähm Leandro warte mal wie heißt der, wie heißt der Leandro? wie heißt der Leandro? wie heißt der Leandro? Leandro Leandro PCL achso, ja, ok kenn ich, kenn ich ähm ich kenne die auch alle 13 NWA-Member äh, zum Beispiel die gerade online sind ja, die gerade online sind ja, die gerade online sind ähm das ist jetzt gut ehrenmann einer server booster einer streamer einer und neun äh 79 nein oder 70 sehe ich gar nicht richtig 70 und ja, ich glaube 71 äh äh 79 79 und äh 11 und da sind ja gerade nur die Sachen, die online sind, ne? das sind, ja, das sind nur die online ja, sind locker jetzt schon mal keine Ahnung wie viel das sind mindestens 100 und das ist jeden Tag bis es es kann sogar sein wenn zum Beispiel China streamt, dann sind da 300 online schuldig außerdem, Digga, diese NWA, wo China und so drin sind, das ist der richtige ja, es gibt keinen anderen es gibt einen anderen, aber das ist ein Fake Nachmacher nein, der war schon davor ja save 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 nicht ich ne, ich kenne kein ne, ne, ne ne, ne es gibt wirklich kein Streamer, ne der normal für NWA streamt ja, komm also für dieses normale NWA Keks das normale NWA mit 4000 membern ich kenne diesmal NWA gar nicht ich auch nicht ich kenne nur das NWA von Chile und so ja, ich bin von Caillou direkt zu NWA ja ja, Caillou schmutzdecker ehrlich sogar äh, ich, 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 ich wollte ich es allgemein guck mal, ne mein Freund wurde rausgebannt äh, weil Sondern sein Bruder hat ihm, äh hat jeden du Köter geschrieben und wer geantwortet hat, hat er direkt beleidigt da direkt beleidigt egal, XS ist eh scheiße was hm XS ist eh scheiße, Digga hab ich auch bemerkt, ne da ist so ein XS, äh warte ich, sag die mal kurz hier, irgendein XS member schreibt mich an, ne äh äh Jordan XS Jordan, ne wofür hat mich an und sagt warum warum hast du so große Eier, warum hast du so große Eier, Digga ich check mich, was Digga ne 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 kennst du, äh diesen mit Mr. Steel kennst du den? ja, ja ja, das ich bin gut mit hier ich bin Streamer für die MSK Team Fufu kennst du Fufu? ja, der hat mir eben bisschen Ausdauer aufgebaut durch ZF und Fufu wenn man zu Fufu ja ja es ist überhaupt online ne oh mein Gott, wir haben noch 200 geschafft gut kennst du Posen und Halb? warte mal, ich rufe mal kurz zu win-rufs, sondern Stil ne genau dieser Piloson äh sch dieser ähm äh dieser äh der ist auf Community Server von Dings drauf äh der ist bei XRS drauf bei originalen ist kann man nicht und xs kennt ihr kelly plus ja bin ich nicht mehr darauf sagt sich nicht auf diesem server ich war drauf war msk team ich war im msk team bei kei plus oder ich hab ich hab zehnmal gefragt ob jemand zeit hat niemand hat geantwortet der von die abgehobenen es kommt drauf an welches level du bist die brauchen halt 130er 132 das ist das hat nichts mit dem blitzlevel zu tun ob man da geht es wird oder nicht nein absolut nur ein goku ich hab mit dem ich hab mit den msk leitung gesprochen oder die haben gesagt ist scheiß egal welches blitzlevel du bist ja manche leute digga die sind level 70 haben mehr ahnung als 140er ja ja checkst du es geht aber nicht um die ahnung aber du kennst doch fufu ne der hat hundertprozentig über blitz 300 da hat 24 und noch höher ich weiß der pusht ja auch gerade ne kennst du black panther black panther black panther kenne ich nicht und gehen mal kurz auf originalen ist kann ich bin ich ja dann guck mal kurz bei disco partner black panther ja der hat gar kein leben digga der hat absolut kein leben oder der ist er hat vier accounts auf 140 ist gerade dabei den fünften auf 140 zu machen und hat noch sein sein los der account ist 135 hat gar kein leben digga seit wann gibt es 124 140 also jetzt seit dem neuen unterfang aber links der goku sind gerade voll aber wenn du möchtest können wir auch später zusammen zocken also in 12 stunden oder so wenn du noch online bist ich habe drei drei accounts auf das gott einer einer konnte ist komplett am orsch der ist auch neu erstellt da habe ich gar nichts drauf ich muss kurz was machen was denn ich habe so ein clash royale server gemacht behindert ich kann alle aus dem server kicken das juckt mich nicht von wo aus meinem server ich habe seinen server gemacht mit wörter wie viel man machen gar keine ich könnte aus diesem alles bin ich geschnitzt es bringt uns zu kommen nein jetzt komm mal anführer brauchst du es gib doch einfach digga da kann auch ganz so ganz so gut auch gar keine mission machen das weißt du schon ne ja gar nicht ist mir aber auch scheiße da ja was macht er jetzt man ich will kurz in mein ding rein in mein strom schuld warum ein bisschen britterbahn ja dann macht ihr ruhig spiel dann und dann fang dann weiter man weil ich will da umdenken maximum werden man ich brauche die belohnung und ich baue doch nicht ein strom schild junge er soll doch mal fragen ob er ich über ob wir überhaupt mitmachen wollen warum soll ich gucken manche da sein du kannst du kannst du achst du eine mission also wir schaffen 124 überlebt die nacht mach einfach wo ich brauche so anderthalb balken da kann ich 140 er starten junge ich glaube wir haben eh gerade schon alle 140 er gemacht was denn eine halb balken machen ähm handeln glaube ich sogar jesig jesig aber wackelt mein kopf bei dir die ganze zeit? mhm also wenn man dich so anguckt ne das ist voll komisch aber auch die waffe so ne die geht hoch runter richtig schnell bei mir? ja bei jedem egal bei wen das will ich mal sehen komm mal rein mhm dein stream hat irgendwie voll verzögerung ja bestimmt ich weiß gar nicht warum das ist voll komisch ne kommst du rein? ja ich weiß halt nicht er lädt gerade nein man ich hab eigentlich nichts eingestellt wegen verzögerung und so ne das kann man auch nicht einstellen das liegt am internet ja man kann auch ähm delay einstellen stream delay nein du kannst nur live chat delay machen hm weil ich hab ähm ein richtig gutes internet man ich hab plusfaser hm ja 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 ich bin ja auch hoch ja einen halben einen balken ist glaube ich auch dann ist auch höher zu einer färziger mission kann geht ja nicht aber weiß ich weiß hat andere ja gesagt ich wusste das vor gar nicht man aber da kommt ja was ist so einen so nah ran junge ich kann nichts machen weil er kommt ja was ich angespielt angeschwoben das schweber junge ich kann nichts machen weil dieses ja wie schnell der mal bayern ist aber es ist aber ich bin auch wieder dauermann 124 oder so na ja ich mache schon viel schaden muss bin ich auch noch 119 ja das ist ein problem ich bin ja auch nicht ja doch schon wo das level fünf level wo sie zu mich ich muss halt so level ich bin halt dieses dings mindestens durchkommen also mindestens mindestens 200 kommen ja junge ich hab's doch maximum level man das ist doch nicht schwer ich will auch erst kurz wie schnell das geht du musst halt nur spielen nicht so wie berlin und ich hab nur ein sturm schild sogar junge hängen und junge keine ahnung und er hängt der ganzen tag nur ein sturm schild jung ist ja dumm das ist der junge das dumm junge als ob ich ganz nach einem sturm schild rumhängen deswegen mache ich lieber ja deswegen lieber msk allerdings man vor einem sturm schilder und er fangt und er fangt den kärvi junge und er fangt den kärvi junge was mit den hüllen haben die ja schon wir müssen schweber ja stimmt stimmt aber mir ist nicht schweber einer und nicht zwei Boah, die machen so viel Schaden, na. Hab einer bei mir schon low. Sind schon drei wo? Welche? Ah ja, der drüben ist. Bei mir direkt. Glück dich. Das ist voll schwer, Mom. Weil der kommt ja immer so schnell zu ein. Und wir haben auch das Lager aktiviert, das ist noch schwerer, dann. Das Lager neft richtig. Och, immer ist es so, ich wieder beliebt dich und dann riskiere ich immer mein Leben, weil ich dann nach direkt sterbe. Ich bin ein Bär. Hat dich gebracht, deiner brauchst. Ich bin ein Bär komplett anders. Ich kann dich kommen, die muss dann danach angewettet werden. Zappertron, willst du mir 117er Zappertron? Hm, hm. Die Candykunst bringen auch nicht viel. Allerdings. Alle haben das falsch, alle meine. Oh. Der Junge, der hat wieder zu viel Leben. Aber der ist physisch und eigentlich müsste das gegen den Schäber gut sein, weil er kein Element hat. Ich bin ein Bär. Junge, ich bin da unten. Wo ich mich hinterm Bär versteckt habe. Beide Kronen, Bär, alles passiert, der hat halbes Leben. Keine Ahnung, Mann. Ich wollte gerade zu sehr schielen. Okay. Die verfolgen mich. Siehst du das? Hm. Du bist kein Bär. Oh Gott. Ich werde ihn noch sein, wie er sei. Die Candykun macht den Bock voll viel Schaden. Hm. Die Zombies fassen hier wieder da. Die Sternen uns dabei. Oh, der ist wieder da. Ja, ja. Na, ist einer noch. Nur noch, einer noch. Der hat fast halbes Leben. Ja, der heilt sich wieder. Weil er dich getötet hat. Aber den kriegen wir noch down. Ich warte noch kurz, bis ich mal einen Bär ab und die Drohnen sind das easy. Ich warte auch auf dich. Wir spawnen einfach. Nein. Keine Ahnung. Ich bin schon komplett weg von ihm. Da hat mich Tatschum noch getötet. Was schlägst du mit der Pickaxe? Egal, er hat den eh down. Du kannst sogar noch hinter diesem Ding. Ich glaube, wenn Emma die roten Augen hat, dann heilt er sich immer so. Dann hielt er sich. Ja, genau. In dem Moment hielt er sich. Oh, er ist auch da. Aber der ist wieder so cool. Komm zu dir. Also, bei mir kommt er nicht nah dran. Ich bin ja ein Decker, aber... Ja, gut. Dann wäre er alles bei mir gewummst. Ja, ich... Ja, ich schiel uns noch das letzte Mal. Warum wirst du von mir nicht full gehirn? Na klar, das sauer hat ein bisschen. Weil da noch so low ist so ein Dings. Mein Adri ist full auf Max. Ja, du wolltest wahrscheinlich mal low level bist. Kann sein. Wie viel Leben hast du denn? Weiß ich, ich glaube, 280 so. Ich hoffe nicht mehr. Ja. Achtung, Zombies! Aber hier gibt es keine Katakomben, oder? Hm. Ich weiß, dass es nicht... In einer großen Burg hier gibt es irgendwie keine. Im großen Haus. Ich brauche noch zwei Stück, Mann. Das nervt mich richtig. Ja, die Mission ist komisch, Mann, weil... Ich bin auch fast full mit Stein, Holz, Metall. Hm. Man wird voll schnell, weil wir in den Bäumen und Steine und so. Checkst du? Ja, easy. Aber wir haben ja nicht schon morgen. Als ob wir eine ganze Nacht durchgemacht haben. Hm. Na, haben wir doch. War das eine Nacht, oder wie? Ja. Ja. War 140er oder 124er? Du kannst keine 144er starten. Ja, 124er. Jetzt solltest du, glaube ich, so... Na, na, niemals, Mann. Fast den Balken, so fast vorgaben. Weil ich kriege ungefähr nur 7.000 oder so, weil ich kriege mal nicht so viel. Das ist jetzt schon 33 Abonnenten. Normal krank, ne? Einfach drei Abonnenten gemacht, diese, ähm... Warum steht bei dir maximal Level? Bist du schon 3,10? Ja, ach, schon lange, Junge. Du nicht? Ich will auch so high sein wie du. Bist du nicht, glaube ich, daran erzählen? Nein, ich... Dafür muss ich, äh, ultrahohes Blitz sein. Wie... Wie... Junge, wie bist du da denn? Wie weit? Äh, sag ich dir jetzt gleich. Na, nicht. Traurig sowas. Level 255. Ja, mit dem Weg auch mal zweiter Kornzucker weiter, Junge, dann ernst? Ich muss so hoch sein. Ja, was machst du denn? Traurig. Ja, du bist aufgestiegen, oder? Bin ich nicht. Ach, der kann man. Was kann man denn spielen? Ich schaue noch eine Edition, wo man so Bonus kriegt, die easy ist. Was? Es gibt nichts einfaches mehr. Ich meine nur ein 8er oder irgendwie so ein. Was? 108 dann? Aber da gibt es ja auch noch bei, ähm, erledigen und sammeln und so. Ja, ob da, da kriegen wir auch 10.000 Bonus. Das ist mehr als wie bei der einen Mission, die wir gerade gemacht haben. Der Bonus. Wollen wir machen? Dann können wir ruhig. Erledigen und sammeln. Ach, der, äh. Was bin ich für'n Blitzlevel schon? Achtung, äh, 48. Hm, 115. Bist du? Ne, du. Wie, 150? Ach, ich meine nicht das. Na gut. Ja, ich meine ich... Nun. Wie, Alter. Wie... ... Aaaaah! Aaaaah! Epic Elder Vileana! Schaden mache ich schon genug, es geht nur um das Leben! Schaden spiel! Ja! 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 Na! Ja! Ja! Ich hab mal ne Jungen! ist sie sich hat da kommen das ist schwer das ist ja das problem das 108 da ist oder warten muss an die aufgabe 108 zwei stück brauche ich nur man was daran so schwer du musst am meisten einfach die proben einsammeln einfach die proben room hat's easy month so 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 ja dann bin ich schon wieder tot, aber wir haben schon 100 hallo? mhm da oben haben wir auch keine solltest du mal die Prübe machen? ja ich habe gerade einen Werfer wir haben noch zwei Proben und noch vier Zequelles zwei Proben für Zequelles schaffen wir wir dürfen nicht aufgeben einfach machen ich muss aufpassen auf die ich habe ein paar Konten, Junge man, das nervt so Katakomben, Junge das fuck mich, dass du an Aufgaben denkst anstatt auf ja, Junge, mich nervt das, Junge ich bin seit einem Tag an so eine scheiß Aufgabe, Junge das fuck mich richtig ab Junge, so eine Aufgabe bin dann von einer Mission oder zwei Missionen fertig, Mann kack doch auf die scheiß Aufgabe nein, Mann, ich brauche das alles ich will es alles fertig haben bei unerfangenen damit du durch bist, brauchst du doch so eine Aufgabe nicht ja, aber man kriegt ja die ähm Verbesserer dafür noch, wenn man die Aufgaben alle hat du bist doch scheiße, ne alte Scheiße, ne alte Verbesserer ich brauche das alles so ich will halt Endlevel ich will, Junge, ich will einfach 140 werden ich verfolge die ganze Zeit guck, wir haben jetzt schon 200 ich geh mich jetzt einboxen, du suchst deine Katakomben ja, ich finde die eh nicht, Mann, hier gibt's glaube ich keine gut ich geh jetzt erstmal bisschen Tiktok gucken, Mann ey, ja, Youtube Shots was ist doch Tiktok, Junge Youtube Shots ja, meine Scheiße, braucht keiner ich bin gleich wieder da nochmal so gut du bist kein Bär du bist kein Bär ein Bär ein Bär ich bin gleich du bist ein Bär du bist kein Bär ein Bär ein Bär werfen Vielen Dank. Oh, der war. Ach, guckst du nicht mehr? TikTok? Was? Nein. Guck, allgemein kein TikTok, okay? Warum nicht? YouTube Shorts. Ach, TikTok ist auch geil. Oder nicht? Da braucht es übertrieben viel Akku. Ja, Junge, bei mir überhaupt nicht. Warum soll das viel Akku verbrauchen? Was, viel Akku zieht? Bei mir überhaupt nicht. Was für ein Handy hast du denn? iPhone 13. Ja, iPhone ist ja klar, ne? Sammlung ist tausendmal besser. Hier hat seine eigene Meinung. Ja, ist so. Guck mal, Sammlung zieht da überhaupt kein Akku. Nochmal iPhone ist einfach nur überteuerte Marke. Da bezahlst du nur den Namen. Und das, das du in jedem ist, in einem Jahr nicht fünf Handys rausbringen wie Samsung, sondern nur eins. Ja, du hast das Samsung besser. Da bezahlst du halt nicht so viel, Junge. Guck mal, Samsung und iPhone. Junge bei iPhone bezahlt das Doppelte. Für fast die gleiche Leistung. Wo lang laufsteht hab ich? So? Mhm. Oha, ich bin jetzt 43, Mann. Jetzt können wir den Starten. Gucken wir mal noch. Hm. Was machen wir? Überlebe die Nacht? Mach was möchtest. Überlebe die nacht 140 oder was? Ja. Ja, mach ich auch durch. Oh, da fange den Sturm. Was macht man da? Kein Plan. Wollen wir mal versuchen? Mhm. Ich weiß nicht, was man da macht. Es ist 140. Keine Ahnung, wollen wir machen? Mhm. Mach ruhig. Keine Ahnung, was man bei fange den Sturm macht? Weißt du es nicht? Mhm. Kein Plan, Mann. Was ist der rote Verbesserer? Für was? Überlebende. Ja? Mhm. Kriegt man da einen oder zwei? Wo? Unterfangenen Level 25. Mhm. Ich glaub zwei oder? Wer? Ich weiß nicht genau, Mann. Ich weiß es auch nicht. Aber steigt man mit einem Überlebenden dann Verbesserer mit? Ja. Wie viel Blitz wärst du ohne deine Überlebenden dann Verbesserer? 130, ne? Ja. Ja. Wie viele hast du denn schon benutzt? Ach, ein paar, Mann. Viele. Ich bin das kurz vor 133. Ich glaub ich brauche noch ein oder zwei Überlebende Verbesserer und bin ich 133. Ich will 120 kommen. Mir fehlen noch 5 Blitz. Nein, ich frage mich wie man so lange gebrauchen kann. Keine Ahnung. Was brauchst du denn noch dafür, um die... Um die... Ich brauche immer... Nein. Was denn? Tage... Nicht Tagebücher. Doch, Tagebücher. Warum farmst du die nicht? Trainings... Kann man nicht farmen? Trainingsamtbücher. Ich hab keine Ahnung. Ich hab das früher erinnert von einem Monat gemacht. 130, Junge. Du musst man gruften. Gruften. Okay. Wollen wir gruften gleich? Was machen wir da? Gruften halt, dass du halt random kriegst du zwei Waffen, eine Waffe und ein Schwert. Musst du halt kämpfen. Okay. Wie lange dauert einmal gruften? 5 Minuten? Nee. 10 Minuten gar nicht. Ich hab mein Kollege gemacht, dass 20 Minuten gedauert. Oh nein. Das ist aber nicht schwer. Aber kurfen dauert richtig langer Mann. Das ist aber nicht schwer. Nee. 10 Minuten. Ich mach, wenn man auch Sturmfalle. Maximum macht. Aber schafft man das überhaupt? Wir müssen hier eine Falle verteidigen. Hast du fallen? Feuerzombies, kann ich damit Metall bauen? Ja. 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 Wie soll man das schaffen, Mann? Wir müssen jetzt zweimal die Sachen verteidigen. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Wie zweimal die Sachen? Also hier müssen wir einmal auf drei Minuten verteidigen, den jetzt den ersten. Und den anderen auf fünf Minuten. Das schaffen wir nicht, ne? Sicher? Das sind 140er, Mann. Wir müssen den nur einmal verteidigen. Gibt's noch einen anderen? Gibt's noch einen anderen? Zwei Stück gibt's hiervon. Wo ist denn der zweite? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie auf der Karte. Ja. Hast du ein paar Fallen, die du hier dran platzieren kannst? Schon, aber wir werden die nicht schaffen, Mann. Ich versuch, bis das weg. Aber du kannst... Junge, du kannst doch kein 140er Zombie töten. Weil das... Der Junge eine Zeitverschwendung. Wie? Ich kann kein 140er Zombie töten. Also mehrere auf einmal. Was ist denn für ne Aussage? Ja, kannst du doch nicht. Junge, guck mal, du bist mit Boost Level 73, Junge. Der Zombie hat doppelt so viel Leben wie dein Level. Keine Ahnung, lass mal versuchen, lass mal starten. Boah, ja, richtig Zeitverschwendung. Lass doch recht starten. Platzier mal Ding mit Deckenfallern und dann starten. Ah, ich hab geschaut, wie schon passiert. Ja, man braucht Fluglo, Junge. Zwei Stück, ja. Ich geh jetzt zwei Stück Fluglo. Junge, ich mach dich stuck hier, Junge. Noch ein Fluglo. Seh ich uns? Ja, ich seh mal, jetzt gucken. Wasser. Ja. Ich hab keine Ahnung, Bye. Ich hoffe, wir müssen es schon einmal verteidigen. Dann haben wir es zweimal. Ich kenne die Mission. Wir müssen es zweimal verteidigen. Guck einmal drei Minuten, danach fünf Minuten. Bist du stuck da, oder? Mhm. Komm mal raus. Soll ich mich auf Online-Stand und dann ein paar Leute einladen versuchen? Mach ruhig. Ja, die Mission ist zu schwer, man. Was für easy, Junge. Ja, wegen die Fallen. Ich mach die One-Shot. Junge. Das ist ein Level 140er-Zombie, das weiß ich schon, ne? Ja, und ich hab ne 130er-Zombie. Und wie ist immer so runter, doch mal auf. Warum machst du das? Ich mach nichts. Na klar, du gehst so ganz schnell hoch und runter mit deinem scheiß Kopf, Junge. Das ist bei dir kaputt. Warum ist es nur bei mir? Weiß ich nicht. Guck mal, ich bin Zucker down. Obwohl ich Level 117 bin. Mit Boost 123. Oh, junges. Geweck einfach. Kann ich's machen. Ich hab Banner gepresst, egal. Ich hab da mal schön. Das ist ich schwör. Ich krieg's ja halt down, aber mich kriegen die halt auch easy down. Ich mach's halt alle One-Shot, aber... Ich auch, ne? Ja. Geht halt nicht um den Schaden, geht um das Leben. Die Wall hier zum Beispiel. Da hast du Wandstachen? ich hab halt nur alle fallen dupliziert na das ich hab keine skizzen so ich müsste erst alle hochleveln hallo hast du heute die welt ich bin jetzt nicht so hoch aber ich kann schon mission machen und unterfangenen da bin ich sehr schlecht weil ich das also ich wusste nicht was uns ist so und deswegen soll schon oder fangen dann weiß ich war doch gestern drinnen ja und dann habe ich auch hat für mich die kerrieten lassen also mission dann der fangen das haben wir sie geschafft da kommt tausend leute an die alle gekehrt werden wollen ja was wäre die nächste falle ist nicht so wichtig wo ist denn die nächste falle versuch seid ihr gerade wieder live ich will immer live man aber den brain ich glaube vor allen gefällt dass ich mir so nicht live mir gefällt es nicht dass hier kleine kitties reinkommen die fack mich wer denn junge ist egal ich bin's wie alt bist du ich bin zwölf ja guck ist doch kein kein kind mehr jungen als jugendlicher kennt das so 8 9 oder so wen meinst du denn jungen meinst du mich auch ganz kurz einmal diese aufgabe so natürlich mache ich mache ich mal wir müssen jetzt halt ein bisschen einbauen so ein bisschen das schaffen wir das schon wir haben neun minuten zeit das aktivieren warum glaube ich ein zwei blut oder das baut ihr mit steinen oder metall metall war nicht besser aber scheiße der war uns ein egal scheiße der freund der bautschau ich bin dreimal noch nicht kann ich auch lesen aber ich habe das abgibt noch nicht damit der wiesbund so traurig ja trotzdem habe ich schon mit beiden kriegs schild stärke das ist traurig was ich mir gekauft habe hier um paul welche wo ausdauer also stein war blank tonne oder so ja du musst mich hin und ich kann mein banner preis ich könnte schon bauen ist kein problem aber ausdauer auch so ist bei wem sollte man bei brain hast du denn genug stahl also materialien dafür also metall weil ich habe überhaupt nichts ich habe gar nichts mehr mann kannst du mir kannst du becken fallen und wand fallen noch mal ich mir im kofte kommt hier im metall hast du ich habe mich im paul wichtig paul du brauchst ungefähr 40.000 metallen ich habe meine stein wird auch da auch komplett afkar gebaut ich habe also nur ein metall bau so 40.000 ungefähr das müsste reichen ich wollte kann schilder mal junge oder musst du offline ich habe zeit junge die mission ja ach so ja ach so jetzt kommt ja ich habe gestartet einfach eins habe ich ich gehe mal kurz zum teleskop platzieren gibt es hier karten karten gibt es hier einfach gestaut ich wollte noch gucken junge du schaffst das nicht alleine ich gucke einmal da hinten kurz bei der großen will aber ich habe gar kein konstrukteur mehr drin ich bin es kommen ja ich komme ich komme unterwegs ich muss ja versuchen nicht getroffen zu werden nein mann junge los oder was sind meine karte kommen ja ja wo gezählt man nice 3 von ich komme wieder hier von ich komme zur wir müssen müssen schaffen und vier von fünf kommen zurück zurück normal weil der bohr bei der m bei der villa hier weiß ich immer direkt wo das ist sie sich immer lieber rein und bau also hier kommt ihr kein mini bus wo sich halten weil einfach die zombies ich freue noch einmal kater kommt man da war es das ich finde mir so ist voll easy man dafür dass hier ist hier ist was da ich habe gerade extra banner platziert damit wir 25.000 hier kommt vielleicht an der dorf durch wir halten immer richtig junge hier kommt 1000 zombies wir müssen unbedingt schaffen machen ja mit alles hat wenn man da ist junge herr paul musst du irgendwie noch also wie heißt das andere noch mal machen aber schumpelt schumpelt verteidigung machen 1 von 10 und die ganzen doch durch die wende das machen oha ich mache ich den vielleicht geht der ja auch näher geht also hast du in mit 1 von 10 fertig ich komme ich komme mit also willst du jetzt nur m m afka ding bauen in steinwald oder habe ich schon dann nicht mal nicht ich meine zuschauer hier möchte noch live warte man kann ja auch mal ein guck mal also brauche schon für afg braucht man einen steinwald mindestens 40.000 metall ja man muss auch alles upgrade und richtig bauen und so das komplett afg ist 20 mit 20.000 metall niemals ich habe ich habe allein schon bei mir 40.000 verbaut und das komplett afg weil ich habe auch auf stufe 3 abgequältet also alles komplett geschafft da gibt es viele belohnen oder das ist billow mission aber das ist ja auch billow mission aber nicht mal vier junge da sind die 180 oder 90 dann muss man nur drei minuten verteidigen auf fünf minuten das hat nicht schwer 6 minuten verteidigen und fertig ist die mission 6 minuten gebraucht aber wollen wir nachher noch mal mit carlos los xp durch die junge weg immer so viel 22.000 diese mission allein schimpf normal junger aufstieg auf die karte ich muss noch mal aufstieg gemacht jetzt mal 55 normal junger ist doch klapper so hohe mission da gibt man so viel xp wollen wir versuchen weiter auf den blitz 140 so welche mission schaffen wir nicht man ist aber einfach nein kommen allein schon wegen mini boss da wird man so ein arsch ficken macht das so eine wie eben rein oder nicht das ist nicht besser da macht man immer wenn er will aufstehen ist level 100 oder so wer es dann wäre ja dann wäre es was anderes man das noch ein höherer denn einladen wir haben kann aber ich kann nachgucken ob ich noch ein fänder also quentex heißt er jetzt ja schade da schreibt rein kevin naja ich war kann sie nicht können warum spielst du nicht mal aura warum spielst du nicht mal aura ja warum spielst du die nicht mehr warum hast du gewechselt weil beides ganz geil sind ich habe dich mit aura kennengelernt ich kenne dich ich habe dich nur noch mit aura erinnerung warte aber bei level 13 kriege ich erst mal ein waffenticket ne ja und denn ab 20 kriege ich ja schon helden ticket denn ja ist voll geil ich muss noch mindestens eine mission machen wir müssen uns entscheiden zwischen im chart euch am reit auf dem blitz und erfährt sich man wir müssen halt nur ordentlich einbauen denn mit dings man wie heißt doch mal mit fallenbauen bitte kriege ich ein legendären troll bitte legendärer troll legendärer troll legendärer troll ich kriege einen epischen lobby magst du mich jetzt wieder ja mich warum würde ich mich mögen wegen meiner augen ja ich kaufe jetzt einfach ein paar waffen lagers jetzt noch die menschen ich habe jetzt wieder basiskeil drin wegen machtbasis mehr damit die gebäude mitgenommen wir sind dann hintergrund die verhören jetzt mit nummer eins fängt an mit nummer zwei weiter und dann soll ich sagen die jungs und dann sagt sie der letzte hat mein Bruder getötet. Achso, hab ich gerade noch vergessen. Das war geil. Und dann singen sie alle zusammen. Tell me what I want to say. Das Lied, ich liebe das Lied. Das ist mein Lieblingslied. Okay, okay. Okay, boah, jetzt zucken wir erstmal. Soll ich schon mal steigern? Ich glaube ich besser, da können wir gleich schnell abkühlen, oder? Und dann hab ich ja Machtbasis und Banner noch. Sieht dein Vater oft einfach so? Ja. Der hat tanzt voll komisch, der macht die Hände in den Taschen und bewegt einfach die Beine, oder so. Ist doch richtig komisch, Alter. Ja. Der sieht so aus, so, keine Ahnung. Aber nicht Vater beleidig, ne? Mach das dem Vater mal in Ruhe. Der Arm. Tell me what I want to say. Papa sing doch mal! Sing doch mal! Wir feiern das eben. Wir feiern das eben. Wir feiern das hier sehr schön, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sag, er soll noch mal singen, Mann. Das hört sich gut an. Ich soll noch mal singen. 129er. Das hört sich voll cool an. Sag mal, das hört sich voll cool an. Sag mal, das hört sich voll cool an. Das hört sich voll cool an. Der war auf Party, ne? Du musst mal mein Vater hören, wenn er auf Party geht. Und wenn er von Party zurück kommt, der, 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 weißt du wie er mich nennt? Wie dann? Das ist aber traurig. Einfach Paul, Junge. Aber Paul ist auch ein cooler Name. Timon hat den Busch gefunden. Timon. Einfach Paul, Junge. Ich kann den einbauen mit Stein, oder? Lass den Metall, weil das hat mehr MAP. Wir haben genug Mets, chill. Wir haben genug Mets, chill. Ich baue jetzt hier dahinter alles ab, damit man mehr so gucken kann. Schade, dass im Stundschritt eine Raben kommen. Ja. Mhm. Gibt es hier in Unterfang auch Raben? Ja, ne? Na klar. Oh, ich suche gleich einen denn. Ich hab gerade auch einen goldenen gelootet. Platz hier mal deine Basis hier oben gleich. Ähm, ich bin's. Ja. Wo bist du? Warte, boah, ist das ein Dach drüber? Oder geht das gerne? Doch, doch, doch. Jamie, warte mal. Hä? Kann ich gleich? Hallo? Ja. Warte mal. Du warst deine Tee, die hatte weiter ausgehöhlen. Ja, jetzt geht's. Dann mach ich noch mal ein Banner hierzu. Oh, Timon! Was ist los? Bis auch da! Ja. Soll ich hier zum alles abbauen, ja, ne? Hm, warum spürst du sie dann hier? Ich mag die schwarze Frau auch. Ich mag beide. Tammy, why? Ich guck mal, kann ich mir das heißen da vorne? Die Scheibe. Nee, halbbar hier würde ich nicht, oder? Nachschufe 3 geabgeordnet. Ähm. Ich kann die hier auch vorne abgeben, ein bisschen. Also ich kann ja auch abgeben, aber nicht. Ich kann ja nicht so schnell erbauen. Natürlich, pickup, $17 du das Eis und da vonенты gibt es unserer Größe die Mäufer nicht ausgewandert haben Ciao! Weil wir vorher einfach das ganze Haus abgefügt sind. Und ich abgrade auf Zweiter zugen sie. Ja Mal, mit meiner 23 level war more the one shot für mich. Ich hab grad alle 70 album деньги. Also einfach vonTYmas gid quase gestorben. ich habe keine volle kraften ich habe allerdings mehr effizienten da kann ich in dem moment wo ich liebe und in dem moment kriegst du mich ich weiß ich glaube es geht nicht mein kopf wackelt nicht mehr bei dir moment nicht warum sinkt einfach die ganze zeit was halt was los mit den ist das single ehrlich ist alleinerziehend also hast du da draußen nahm an ihr team und sobald ein vater das kanal mal hier kann man nicht machen eigentlich in der pflege familie aber ich habe zwischendurch ja alles gut mal also du brauchst darüber nichts erzählen wir nicht mag das hört sich schon so traurig an pflegefamilie also ihr kennt ja butter normale butter die man sich auf brotchen nicht mehr da ich sag mal was wir da kriegen anstatt butter was denn margarine also nicht bei meinem vater aber bei dieser pflegefamilie das ist so eine sache aber ich butter margarine zwar butter schmeckt besser aber margarine kann man auch essen ja genau gleich ja aber du musst also sehen die also die pflegekinder selber kauft butter für sich aber weil wir wir pflegekinder können die billig wird also das ist gemein ich bin jetzt doch meinen schutz wer bist du denn ich bin so traurig naja ich habe schon meine will ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm also ein margarine zu essen herrn sehe ist es das ja auch nicht aber dennoch dass die sich diese richtig teure butter kaufen aber wir dann die margarine essen müssen so dann können wir auch gleich da können wir doch die butter von denen mit essen das ist dieses oder zu weihnachten so alle dürfen sich was für 200 300 euro aussuchen wie 50 aber warum wohnst du nicht bei deinem vater ist alkoholiker hör doch auf darüber spart ja ich frage zu machen nein aber das ist ja nicht mein richtiger vater mein vater den kenne ich gar nicht ohne du bist schon 14 15 übernehmen sich doch mal mich in der wachsen man denn ist also von meiner schwester der vater und er kümmert sich gleich mit um mich oder so wie man nicht der vater kann ich jeder sein glück haben wie du junge eigene autofirma junge ist so das ist gut das was du hier geplaced hast das bringt halt was ja hier war nur krass aus sind wahnsinnig sehr gut und da bin ich dabei und ich sterbe an diesen scheiß bienen was kommt hier raus kriegen wir das andere oder nur eine meinst ich meine ja dann ja das gibt immer 60 kann jetzt einfach 800 stein erst leider ich habe fünf keksboxen ich habe keksboxen simon wenn wir noch viel bauen oder heute müssen immer viele waren haben wir das mal starten jetzt ich habe doch zwei hierhin stelle dann hierzu erbete und genau hier auf der basis des bahnabreise jetzt ist es zu verpacken bis ganz nach unten die kondition normalerweise nicht ich kenne da noch mein erstes hier ist einer durch der hat die diese gerust kaputt gemacht leute alle zwei wochen leute die brechen nicht überall durch ich kann mich hier hoch und dann wurden die doch alle weg oder nicht ok brah ich kann mich nicht mehr mit den Racken draufballern ich muss überhaupt weggewandt werden was habt ihr alles für krasse waffen und der pangeln der bus kriegt schon gern mit schleuter guck mal wie viele hier drum sind scheiße na jetzt haben wir eine Ausgabe ich glaub wir sind gleich durch ja das wars ja ist nicht gut gebaut komm wir ich werde sucht das schaffen wir doch noch ich meine ja auch einem 144er zu schwer für uns die zombies sind halt von fast jeder ja versuchst du gut und rdw was irgendwann nennt sich jeder im rdw irgendwie also der bei mir reinkommt allerdings ist wieder da der am 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 hast du bock mitzumachen rdw am 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 hätte ich doch wie war ja ist aber bei youtube ist ja anders ne junge ich weiß davon doch nicht du magst du noch nicht hast du gesagt können wir hier nicht einfach mehrere schichten wir müssen erst überlegen wir brauchen wir sie noch eine welle ich hoffe wir nicht der aura muss erst mal nachdenken leute eine frage kommen wenn wir so machen und noch so ein ding dann ist es ja noch mehr zeit finden wir einfach zeigen das machen glaube ich das lauste was wir machen können aber konnten hast du bock mit zu zocken ich hätte du baust ich hätte ja warte ich musste einmal abbauen ja die wand die können einfach stehen oder geht das nicht ok jetzt heute und werde ich einfach nur zum menschen sport hier einfach muss jetzt hier los so das habe ich mal gesehen das ist richtig gute zeit sind ich glaube nicht wirklich das habe ich gesehen und erfangenen wirklich guck die machen ja das kaputt denn das und dann sind wir ok ich weiß was ich mache ich habe kickbox gefressen kickbox in unterfangenen fressen ist op weißt du das normal ist gut aber es gibt halt kaum metallen unterfangenen ja leider ja was braucht ihr da das ist das dauert richtig lange wenn sie das alles kaputt haben dann brauchen sie als länger um das durch die aber hier oben kommen sie glaube ich rauf ne wo denn hier oben haben wir hier oben kabel nicht so hoch zack und dann darauf dann machen wir einfach so ich hol doch kurz haben zwei blutklo da wo die vier letzten da warte ich habe auch gesehen ganze setzte das jahr bist du noch da ja und so bringt nichts wir müssen verstehen was du meinst ich habe am maß mit schüchtern hier vorne können wir auch machen jetzt wollen ja auch was damit die hier in durchkommst du kannst du mich ganz wieder kaputt normal kommt dann rein ja junge aber ich glaube du kannst nicht mal beitreten aber mal auf schufe 2 geabgeordnet und ich will ich mal ganz ist am geschein verspenden ich habe es auch 4k traurig ich habe auch nur ein paar diese schuhe sind so an bin ich eher bequem warte ich muss noch kurz bläden und bannern und alle wir können ich konnte nur oder ich mache wieder meinen bann ab hier haben wir jetzt alles auch machen müssen wie geht das denn ich gehe vorne ich kann die ablenken so weißt du wir haben das ich habe keinen plan was er meint man die punkte mitgesagt hat ja ich komme was für punkte warum komme ich ja nicht rein wie hattest du den geheißen das heißt wir heißt sie dann oder wie hast du geheißen vier minuten man vier minuten schaffen wir das aura ich liebe auch jetzt dauert dass die frage ich mich gekommen also aus ostend könnt ihr euch aber nur minimal und ein bisschen so ein paar knöpfe aber wie heißt sie dann ein paar psn oder hier weil wo junge ich weiß das sammelt fieber heißt kommen drei minuten mann wir sind die sind schon durch ob man wir mich schon gegen einfach versuchte ein bisschen zu kehren du machst du hast du nicht sagen und ich gehe dahinter mal gucken die haben neuen weg gefunden die müßliche ich war halt einfach nicht um aura gibt alles zwei minuten ja guck mir niemals kommen ja den können wir nicht töten oder noch gegen junge die fischern da war oder das schaffen wir es nicht zwei minuten baut einfach ein bisschen gegen immer einfach gegen bauen scheiß auf den miniboss der kann ich nix machen uns am ausschlecken ja ich bin auch da warum ist der brüchern so haben wir haben der brüchern so viel leben verloren als ob wir das schaffen spät aber wir sind erstellen so schnell durch gekommen mit dem minibus den kriegen wir nicht dauerung natürlich jungen das auf level 140 mann ich würde sagen wir machen die mission von ebenso eine jungen im minibus kriegen wir niemals dauerung ich habe doch einmal jung ich hatte mit 140 raketen darauf geschossen junge das hat nicht mal gejuckt 140 einmal 130 oder so einmal der junge das ist ehrlich so mal weil ich auch was genauen habe glaubt man dass das jungen das bringt nix das meine ich an 100 fertige sind zu schwer wir haben 34 junge vierfach mauer umgebaut das mescha junge der sagt mich am arsch ich habe immer noch level fünf na ich verstehe das nicht ja damit verspätzt ihr battle royale ja lass und dann fangen wir weiter ja kommen wir nicht was wollen wir dann machen gib mal ab nun man ab wie willst du ab wie das rator ja kurz gucken oder leute ja warte mal ich kann mal was gucken weil es gibt ja diese team verteile ich guck mal was habt ihr lager schon wir haben vorhin zusammen gemacht habt ihr von lager gemacht 140 junge ich brauche aber auch mal ich habe die noch ich mache die mission das lager machen weil ich habe sie noch nicht gemacht ich brauche die man ich verstehe meine aufgabe nicht deswegen kann das musst du machen machen ich bin erst bei drei da steht da probezeit und da habe ich eine runde gemacht da steht 1 von 5 aber ich verstehe einfach gar nichts gar nichts gar nichts ich nehme keinen der drei ich bin 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 Das ist die Schöste. Ein Apfel. Wer will ein Apfel? Tell me, why? Wollt ihr ein Apfel? Hey, nothing but... Hey, why? Oh, yes, we're done. Oh, hey, oh. Oh. Why? Why? Wollt ihr zu perlanz an mir? Oh, babe. Tell me, why? You are nothing, oh, babe. Tell me, why? Wow. Nummer zwei. Tell me, why? You are nothing, oh, babe. Okay. Tell me, why are you? I'm nothing, oh, babe. Okay, ähm. Okay, ähm. Okay, ähm. Sieh mal lauter, ich bin's. Das ist... Das ist ein Vater. Ähm, der Mann, den kenn ich nicht, weißt du? Den kenn ich... Moin, faules Kind. Junge, wie kann man faul... Warum nennt man sich faules Kind? Hey, I ain't nothing but a man. Wer ist voll wie's Kind? Why? Du, ein Zuschauer, Junge. Ähm, ein Cutter kommt mich vor noch einmal, bitte, Mann. Einmal jetzt noch. Ich frag mich, wie du so schnell Abonnenten gemacht hast, ne? Ja, ich weiß, ich bin einfach nur live, ne? Ey, Dick, da willst du mich verarschen, ne? Glaub ich euch daumen, denn... Wirst du eigentlich, was POV bedeutet, immer auf TikTok? POV heißt, ähm, zum Beispiel. Stell dir vor. Ja, stell dir vor. Leute, ich hab einen Imitator entdeckt, wollte ich euch sagen. Können einer mal hier und mehr zu... Ja, mach dann einfach. Aber... Ich krieg den noch nicht gekillt. Warum nicht? Timon... Ich will dich also nicht enttäuschen, ne? Mhm. Aber... diesen Turm da, den du hast, ne? Den hab ich auch. In Scheinwald? Nein, ne? Ja, ja, manch. Ja, ja, manch. Okay, Digga, der... Auch mit Munitionskäste? Was ist denn der Imitator? Bei wem ist der? Bei mir. Ich bin 22.04. Wer? Glaube ich denn nicht. Ich bin 23.04. Er darf sie aber doch. Ja, ich muss sie ja nicht. Guck jetzt mal. Wo ist der denn? Ah, so, hier ist er. Ja. Oder was meinst du mit dem Turm? Oh, da ist ein Holzsturm da. Da meint ein Steinwald, ein Holzsturm. So. Mit deiner Munitionkiste drin. Der ist geil. Habt ihr die letzte Mal aufgemacht? Bei mir? Nö. Bei mir? Ne. Was ich dachte, ihr habt ja heimlich einfach aufgemacht und abgebaut. Ne, die ist schon. Hoffe ich mal. Außer dort ist noch jemand drin. Guck gleich mal nach, Junge. Jetzt reicht's mir hier. Ja, soll wir direkt auch wieder Dropbox halt machen? Äh, hallo, Faul sind kennt. Junge, wie nennt man, warum nennt man sich Faules kennt, Junge. Der will mich doch auseinander nehmen, ne? Machen wir eine Stunde. Wayne? Nein? Hm. Ich wohne noch einmal Katakomben machen. Einmal noch. Oh oh. Kami, waaah! Oh, nothing happened ever. Kami, waaah! Kami, waaah! Du musst nicht füstern, du kannst auch richtig sehen. Wir müssen natürlich ein Lager machen, naja. Na, ich guck gerade wo. Oh. Es sind alle so tief, wie Kasimil Kiki. Ähm, okay. Das ist ein echter Vater? Ne, von meiner Schwester. Also ein Stiefvater. Kann man so sagen, ja. Das ist wohl korrekt, man. Was? Ich bin down, man. Bitte keine so ne kleinen Schränke abbauen, die brauche ich, bitte. Oder so Kartons halt. Ich bin down, man. Ich bin down. Ich brauche nämlich Glaskolben. Glaubte, kriegen wir diese Dinger noch hin? Was? Lager? Lager? Easy, Mom. Sie hmm. Oder verstein mal. Ich kann Musgard gar nicht auf dir. Daher Ruh an den W. Verstein und in täuse wirkliche. ein schrank online dieser verkraft überlebende kann der sich nicht vergessen mag er nicht einsammeln ich guck nach und ich bin tot ich sagte so viel so wie das bitte wolf lass mich danke wolf ich liebe dich ich mach hier gerade jump and run vor den wölfen weg okay fack 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 weg 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 regt mich das hier gerade auf ne ich war oder vorne bei euch ist es steht bei euch eine statue bei dir nennen bei timo in der stadt okay dann ist ein haus hier ist ein dings lager ist das bei mir war eine statue aber ich habe fallen bekommen verbraucht die ich bin was zu fallen ein zudem noch abfall beckenplatte und zwei stück luft abwerfen aus der wand feine vielleicht ein acht jungen ich habe eine kirche ich habe eine e-box zu öffnen warum sind die festlagern mal verpackt man das nervt zu immer sein zum die irgendwo verpackt diese jobbox war glaube ich sogar falsch gebaut sowieso der die gebaut weg keine ahnung was diese jobbox war falsch normal war falsch gebaut warum hast du falsch gebaut haben wir fieber ich hab das nicht mal gebaut er doch bei nein mann du hast du nicht gebaut sammelfiefer wie braucht man den richtig oder was so auf eine platte ist dann kann man besser was aufnehmen und wir müssen drei lager machen ja wir müssen drei lager machen das immer schnell machen junge das lager machen ich habe gerade in lager fertig gemacht es kommt der nächste du bist halt schon doch ich muss auch zum hinkommen auch ist nicht so schnell dauergeil ich habe wieder waffe bekommen ich habe mich doch sowieso wir müssen nur stellen kurz die 35 lager machen dann ist wir haben gleich das dritte fertig ja und dann noch zwei stück ich sag doch ich sag doch ich sag doch stelle ich stelle ich stelle ich stelle ich stelle ich stelle ich stelle ja mein fahrer ich bin immer noch heute anleger ganz deutschland macht mit noch mal was ist das ist ein lager nö was ist das zwei lager ja wo sind die lager nö was ist das für ein dreck skrn das aurore nein au re der dicke mann ja ja ich habe auch für den basiskeilen als kinder reingemacht dazu weil das so hässlich der fette ist das fette wie er ist mir egal ich hab mir wukon geholt ich weiß immer noch nicht wozu da gut ist dreifach sprung du musst deinem teamvorteil drei linie rein machen und er kann so dreimal mit wukon ja mit wukon aber ein unterstützungsteam musst du drei linie rein machen er hat ihn gerade als helden ausgewählt nein ich habe doch hast du ich bin doch ein anderes kind man gerade als kind hast du einen anderen aber als held hast du wukon dran also könnte ich ach so ja okay jetzt verstehe ich jetzt jetzt okay ich glaube ich mich verarschen wenn du es richtig machst guck was du dann kannst ich hiel dich kurz dann zeig ich wenn du es richtig auswählst wenn du es richtig auswählst kannst du das hier machen ach ne aber ich kann es nicht und sogar das hier war mein ich hab's nicht ich kann es nicht ich hab keine drei ninja vom also die der braucht brain kannst du einmal sein ding platen ich mach keinen schaden mit meinem raketen werfen was nervvoll ich mach keinen schaden junge mit raketen werfen angeblich immer mit meiner ultimation dich die junge so lächerlich wieso sind die so krass er ist halt maximal ein junges 140er mission ja ich bin auch down ja doch nicht ich kann gleich mal ein paar nicht leisten ja ich bin doch down die haben mies viel leben ja du bist gerade unterwegs ich bin da ja noch einmal das opera lager zurückgesetzt wird ja lass mal schnell die lager machen man wir schaffen uns die mission nicht du musst da bleiben wir müssen jung ich bin doch down du musst aber da bleiben sonst wir müssen noch zwei lager machen es ist schon vorbei nein man ist noch nicht wir müssen wir neu machen wir leben einfach nein man ne junge bär du wohnsohn jetzt mach mal hier mit der bär macht gar nichts junge guck mal die luft hallo ich bin der kohle junge und ich bin schwul ich bin der bär und bin schwul ich bin ich bin der bär und bin Low Level hey wir schaffen die mission nicht mehr tell me why hey lets go we schlecht uh okay ich komme ich hab jetzt genug munition aber ich hab munition lass das das alles zusammen lager machen man ich hab ich hab jetzt ich hab jetzt keinen bock dass wir 20 minuten mir verschwendet haben haben wir zwei junge wie schnell geht die zeit ich glaube wir machen gleich eine andere mission oder abgesehen lagern sie sie machen wir müssen halt alles zusammen nur macht mal alleine schwer wird sich er strahler es weg den hat dinge geküttet hier ist ein zweimer bei den habe ich wirklich nicht mal nur eine holt sich noch zu einer runter junge wie sie ein lager noch schnell und dann ist da vorne kriegt er das ein ich weiß ich noch mal das schon schwärmen beschweren war mal low level ist ich bin auch nicht obwohl man bei mir back ist doch nicht wieso machst du das dann wenn wir diese rüfe minuten durch haben sind wir dann haben wir dann gewonnen gewonnen wenn wir das lager noch machen wo ist es denn ich weiß ich bin da ist so lächerlich auch nicht bauen das letzte lage müssen wir schaffen angeblich so schwer ich bin da wenn man da und das wird trotzdem zurückgesetzt guckworte schon zurückgesetzt und dann kommen jetzt alle zurück ich habe ein bisschen zurückgelockt ich bin tot hast du einen wohnen lena ersten 90 sekunden mein gott junge das ich mache auch keinen schaden mal scheiß raketenwerfer der 123 junge es nervt richtig junge ja weil das maximum mission ist man weil die alle level seit 30.000 ich kann gar nichts machen ich gehe zum lager zurück und ich mache keinen schaden wegen scheiß junge weil die hexen die nutzer wieder voll heilen ich habe einfach rum damit ihr wieder kommen könnt die laufen alle hinterher die stammen ich muss diese scheiß ja guck mal hinter mir leute da könnt ihr ein paar gleichzeitig kündigen die kommen alle hinterher die kommen alle hinterher oh ähm hebran da hast du keine Ahnung sonst ich helfe aber mach kunai macht viel schaden ich habe auch die einzige ich habe auch einen was man nicht was der bringt aber eins bringt uns bei uns über wenn wir das war jetzt nicht mehr schaffen dann war es das junge haben müssen die effekte strahler lebt noch ja kommt noch eine wende oder nene zwei wellen noch zwei minuten ich habe in der mitte bloß mit impuls gesetzt und macht es mir minimal eine welle oder was wenn wir jetzt richtig reinzwerden oder in angst gehen ich habe eine drohne die macht zwar kein wer mit aber ich bin der coole junge und gehe zur schule freue mich nicht darauf doch ich kann hier jetzt irgendwas ich weiß schon was das bringt aber hier ähm ok ach hast du mal da platziert ja ach scheiße man ja hey ja ich habe fallen ey wir schaffen das nicht mehr da im Platz ganz viele fallen kollege dass sie überall damage kriegen wenn die rumlaufen ja ich bin aber das dort äh was geschoben wir können jetzt nur schaffen wenn wir alles recht nein aber wir schaffen das nicht mehr ich habe preisbar bekommen dass die letzte welle zwar aber ich habe fast alle gleiche so habe ich jetzt schon ausgelöscht ich habe preisbar glaube ich ich bin down wow wow das ist schön boah das ist die letzte welle ich muss mich erschaffen warte sie konnten nur noch hey jungen das war schwer man das nervvoll ich muss alle schon bis zu mir laufen oder meine junge meine meine dinge meine äh wie heißt es meine fall hat nichts gebracht du soll das die macht ja auch keinen schaden deiner fall ich habe mich ich habe mir wo bist du denn hier hinter dir wir haben das ehrlich die geschaut deswegen 140 man braucht es gar nicht spielen oder werden von anfang an nein wir hätten von anfang an die fünf lager zusammen machen müssen und dann looten der einer 16 schaden junge ja du sammelfiefer sammelfiefer kann ja auch nicht dafür das rohlevel 20 minuten verschwendet einfach ich muss an den controller benutzen ich habe kein Problem hat der controller geht auch nicht hä hä ich mach mal neu anfangen die nachricht ist nicht mehr angepännt bei mir er ist back bei mir keine kontrolle ist einfach 20 minuten verschwendet leute muss aber bis hin und starten bei mir back ist gerade übert bach oder warte geht es jetzt meine muskette starten kommt wieder rein dann ja ok unterfang level erfüllt mann ich kann es nicht irgendwie können wir die mission nicht geschafft haben man ich komme gleich wieder rein es fällt mich gerade richtig ab junge ich muss gut gucken welche über helden sprache um den wukong drecks heiße zu bekommen was ist wukong ich bin gleich wieder rein dass er kommt ja helden verwalten helden auswahl überleben irgendwie macht man sein dreist team hallo wie macht man dieses team was sie die ganze zeit sagen ok soldaten wo ist wukong wukong ist auch nicht bei den ninjas wukong ist auch nicht bei den Was ist Wukum, Soldat? Tell me why! Hey, nothing but a mistake. Tell me why! Hey, nothing but a... Wo ist dieser Dreck? Ja, oder? Nee, Digga. Der Suchimon, tell me why! Simon! Was ist Junge? Du bist dran jetzt. Tell me why! Simon! Nicht schlafen! Tell me why! Tell me why! Hey, nix. Ach so, äh... Ich wusste nicht, dass wir schon eine Motion sind. Deswegen bin ich speigeltreten. Direkt die gleiche Mission wie letzte Runde. Oha! Oha! Und das noch zu dritt! Boah! Egal, da... Lager Mission ist so easy, nur 5 Lager nur, Junge, aber... Joaah! Keine Ahnung, man. So ein Dreck! Einmeldung! Junge... Eigentlich Lager macht man Solo, Junge, aber... Keine Ahnung, es ist halt... 140er, da kann man nix machen, alleine. Aaaaah! Auch nix machen! Dieses Lager ist nicht aktiv! Ähm... Sommelfiefer? Hä? Na? Hast du Extras Gänzern so reingetan oder spielst du nur Woken Solo? Also alleine? Ich weiß nicht, was für ein Ding Woken ist. Ich such den die ganze Zeit, aber ich hab den nicht gefunden. Hast du aber Ahnung von LW? Nö. Warum spielst du das, Junge? Hä? Wie kann man... Wie kann man keine Ahnung von LW haben? Wie kann man die Gegner aus, um das Lager zu räumen? Keine Ahnung. Sammelfiefer, Mann. Wenn du mir das erklären würdest, dann würde ich es wahrscheinlich verstehen. Ja, was soll ich dir erklären? Da ist nicht zum erklären. Weiß ich nicht. Da gibt es nicht zum erklären. Also guck mal, du kannst nicht, ähm... Guck mal, das ist Woken da reingetan, oben. Aus, ähm... Man, ähm... Legende. Aber was hast du denn unten so reingetan? Gar nicht. Zusatz, ähm... Legenden. Fünf Stück kann man ja... Ich hab alles fast alleine gemacht. Ja, Junge, das erste, zweite, dritte Lager, das ist... Junge, das kann man Solo machen. Aber vierter, fünf ist halt schwerer. Hast du nichts anderes reingetan? Nö. Oh Gott. Junge, du hast ja nicht mal mehr HP und so. Es Blitz 5, er kann ja nur eine Sache rein tun. Ach Junge, ich frage... Texas? Spielst du überhaupt ein bisschen rette die Welt so ein bisschen, dass du höheres Level wärst? Typisch. Junge, wie kannst du immer noch Level 5 sein, Junge? Mein Level so schnell. Weißt du nicht, Junge? Junge, Blitz Level, Junge. Vor allem wenn man Low Level ist, geht so schnell. Ja. Du bist halt ein bisschen lost, ne? Ey. Ey. Wo seid ihr? Junge, ich will zu euch gehen auf einmal seit die komplett andere Welt. Naja, hab ich alles drauf. Ist doch nicht schlimm. Ich bin schon da, Mann. Und ich bin auch da. Ah. Ja. Mal die Hexen, die Faxen. Junge, die facken richtig ab, Mann. Also die Heilerin. Die Heiler-Stampe. Wer ist die denn? Die Heilerin. Die Hure. Das einzige Geräusch, was verstehe, ist entweder Dropbuck oder... oder Ding. Nein. Herr Aura. Dieses... Ich werde heute so viele Missionen machen, dass sie sich, dass sie sich eigentlich nicht mal beschwerten. Die Heiler-Note macht Waxen. Ja. Ja. Hält auch so viel aus, die Schlampe. Und wo? Wo steckst du das? Frag mich mal nicht mal, wo die ganzen Schüsse hingehen bei ihrem Körper. Ja. Bei den Zombies. Wie hat die mehrere tausend Schüsse aus? Egal ob Blitz 10 oder Blitz 100. Wo kommen die Schüsse hin? Ja. In blauen Mann. Die Heilerin. Die Heilerin. Die Heilerin. Die. 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 Die macht die ganze... Die ist die höher. Down. Da. Meine PS4 hat mich aufgehangen. Na mal. ist das die heilerin die hat doch unendlich schon dann unendlich seid ihr gerade beim lager zu stellen das macht also nach dieser mission nach dieser mission nix okay nix machen wir noch nix okay wir machen einfach gar nix den nächsten zwei lager sechs minuten gebraucht und frau ich habe immer noch die waffen vor dem doch keine munition hier weg wie lang geht dieser bombe schlachten alter irgendeiner will gekriegt werden einer aber halt auch nur unter fangen weil der ist im ds battle royale normal ist der level 116 war sonst halt über lautes in unterfangenen der will 13 so wie ich also die gabelst du bist und dann die man vier stunden um 9 gehst du oder du bist vier stunden lang so zusammen viel verkürzt was fiefer junge bist du dumm ich habe auch viel vergespielt aber junge fifa sie ist ja richtig rotz jungen machen einen backern annahmen die junge die bringen anfang fiefer 25.000 kreuz einfach in europa grau sind die dumm junge seitdem gar nicht viel vermeiden gar kein spiel herr leute wisst ihr nicht was ich meinte wasser ich habe sammeln ich hole sammeln fifa hoch also war er genug war ich hole mir nicht sicher so ich bin schliefer nee ich sehe es aus ja ich weiß nicht wie der aussicht vielleicht ohne also nicht kommt ihr mit wenn du aussiehst wie ein wie ein papier auf der plästisch ich bin ich aber halt nicht im verein nur so so dorfmäßig so ich habe ich habe einen verein aber ich war und vor bayern münchern die kurzen lichter k.o. ich bin auch jetzt saun wegen auro gegen die band gepresst jetzt müssen wir in die hacken spucken den wolf gezähmt habe ja natürlich der was soll ich ja mal echt ja natürlich ich habe er wegen erwarten die wir in echten damals und ich gerade gehört was hat er mutter gerade gesagt ich gehe jetzt einmal hat ehrlich gesagt ich glaube wieso klasse irgendwie runterschießen ich weiß ausländer sind ausländer zu tun es gibt keine deutschen ist auch so am meisten türkischer name ja das jetzt gesagt ich habe ja das nach afrikanischer name ich habe etwas habt ihr eine waffe die rückwärter zu wegschießt an weg drückt aber könnte ich mich hier am rand stellen und die schießt johannes nichts mit türk zu tun auch ernst gar nichts ob er mich schon beschert entweder ein balkanischer name oder ein arabischer nein abgabe ich ja doch wenn man dass er mit betont braucht man einen unterfangenen brightcore wichtig ist das wichtig nur braucht man nicht braucht man nicht genau die sonne alles auch man nicht schmeißt aber alles weg nach sommer ich bin kein türke hallo ich bin bosna wenn ich türke werde ich türkisch reden ich habe 47 sonnen und 23 brightcore ich bin kein türke hallo ich bin bosna würde ich türkisch sein würde ich türkisch reden die sonne kannst du weg machen du brauchst nur waffen mit sonnen ja doch ok tell me why ich glaube ich schaffe wir das mal schaffe wir das schaffe wir das dreckst hier man sogar die wölfe sind stärker als weiß nicht auf jeden fall aber timons lag hat ein lage ist das letzte ja junge wie schon haben wir die anderen gemacht oder ihr ich habe nicht immer aber doch bis aber ich habe angeschlossen aber ein junger wieso steht direkt ich kann noch nicht beleben willst du mich picken man man so ein drecks gehen bis durch bei mir ist das loch was du brauchst katakombe ich hole timon timon komm junge wir müssen das lager machen man das lager nicht schaffen dann schaffen die missionen nicht dann bringt das nicht ich habe mich noch nervigen beim namen das gibt es doch nicht exkussi da wo ich markiert habe mit heute nicht abbauen weil das braucht die man besser abkriegt sofort die thermobank von timon ok ich gehe da kurz hin und baue es ab ich gehe da runter und pläst mal diese zeit was was wiederholt mir das ich komme zu dir nach hause bevor ich dir ein ziel hier in vortreidmann als würde ich angst haben vor dir wirklich habe ich aber nicht hier gucken wo ich bin ich bin im schien ich will jetzt kann ich schreiben die anfang aber ich glaube dass sein ein kind was auf seinem bett sitzt einer steht beute was auch ist und dann sich denkt er sagt zu jedem ich gebe dir eine bombe ich komme zu den hause da wo beute steht sind die könnte er kommt der junge warum wurde das lager zurückgesetzt man was ist das junge jung ich war nicht mal dauernd angeblich lager wird alles zurückgesetzt ich habe eine morbige schaufel oder 22 ja ja so ein krasse waffe hatte noch niemand in diesem spiel glaubt mir die mission ist eh der vorbeifahrer bis zur evakuierung noch ein neuer an unheilzummel damit mache ich zumindest ein bisschen der mensch alter schweiß kann ich helfen ich hab's genau das lager ist aber voll verpackt und auf einmal wird zurück gesetzt danke hat ja ja man kann ja eh nix droppen das ist so nach fangen denn mann oder noch lauter doch jetzt auf mann was machst du nein hat mir keine faxen büttel danke ich habe schon spielte wir sind ganz viele loge lesen warum haben wir eigentlich wieder so eine schwere mission drinnen mag ich mich weil ich niemand er weiß es ich weiß es auch warum weil wir nicht hätten wir noch mal ganz einfach machen sie jetzt wissen wir es wenn wir jetzt noch mal junge ich weiß ja junge ich bin gestehr gestehrt und ich habe gesagt man haben wir was bei was gemeint wenn zwar noch one shot für die mystische aber ich mache ich auch war zum erweiter und jetzt die man wir uns geschafft jetzt kommt zur katakombe mann der runde wo haben wir hingekriegt wir sind der voll krass um haben ja mann die mann kommst du ja keinem ist ein paar jahren haben ja und ich jetzt abfeiern dass sie das geschafft haben jetzt gibt ich euch beide hier sind imitator leute warum soll wo sie zu uns kicken hat es gezielt noch mal danke mal danke okay ich dachte nur so der wir kriegen jetzt sonst was alle ich mache noch super lager in den 18 sekunden natürlich natürlich ich mache das in drei sekunden ich hab zwar von den zombies gewohnt hätte dabei ist egal eine hölle mit granaten das ist geil macht schon damit das ist geil 121 115 122 6 Jahre ich muss einstecken ganz bis nach hinten naura dauer am Aura ich bin level 33 es ging bis ganz nach hinten rein das ist geil mann ja ich liebe das gefühl wenn man so einen geilen stock in den arsch kriegt ich schiebe mir immer mein kontroller teil rein weißt du ja du bist diese tabellen hat bin ich habe der will uns kicken hast du gerade gesagt ich kenne ich doch seit dem kindergarten oder nicht ich habe meine mutter seit meiner geburt oder habe ich viel gold gekriegt 500 bonbons und war im gold und aber was man ist danke du mir geben kurz gruppen führer danke der will mich gegen nein ja und so jetzt ja gold bitte 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 das überliebe die nacht ist das bei dir schon erledigt mhm bei mir nicht bei dir ist das auch nicht erledigt bei dir ist das auch nicht erledigt das ist niemals aber das ist unendlich das ist ein bug oder so Leute ich muss offline ich kann nachher wieder ja ich muss jetzt ich kann nachher noch offline hm okay dann bis nachher ich wollte eben ich wollte sagen tschüss ich hab noch diese bonbons soll ich die ausgeben oder soll ich hier was sparen ich habe 1300 300 hallo überaus schmutz schmutz ja schmutz schade du kannst doch save den paul was soll ich nehmen teil der dreizehnte oder der karl mustermann google trooperin ramirez was muss soll ich nennen wir haben die kürz ok als wo ich gut war ja er hat das teile einfach ausgelassen die rutsch ich brauch sowieso nicht und ich lasse wovere das Ich muss kurz meine Hände waschen, ich hab Sperre gehabt. Oh, Dreck, Sau. Was eine komische... Was eine komische Sache ich hier gefunden hab. Was eine komische Gruppierung hier auf YouTube. Spastige. Ich hab Bock was zu geiles so zu fressen. Hast du nicht gestern dir einen gewichst, drei Stunden lang? Nein. Aha. Nein, nicht gestern, vorgestern. Nein. Natürlich, du warst eine halbe Stunde weg. Bist du nicht mehr live? Oder eine Stunde. Hast du live, Bandit, Timo? Äh... Timon. Hab ich gesagt, ja. Du hast Timo. Oh, ja, Digga. Bah, Junge, hör auf damit. Du hast selber gemacht. Ja, auszusehen. Sag mal, ich hab kein live beendet. Was machen wir? Ja, ja, ja. Junge, weiß ich doch nicht. Gruften. Gruften. Das hast du mir ja versprochen. Nein! Das ist egal. Doch, 140er. Gruften. Wir haben ein Low-Level. Wir haben ein Low-Level. Wir haben ein Low-Level. Wir haben ein Low-Level. Wir können einfach Level 1er Gruften spielen. Das geht bei weniger Belohnungen. Wollen wir 140er Gruften? Ja. Das Labone. Schade einfach. 140er. Die Kräften, oder? Ja, schade den Lachs. Dann kämpfen wir gegen Wladimir Putin. Ja. Ball. Ball. Lachs. Machst du Wladimir Putin? Piffin? Wieso sollte ich? Magst ihn? Wieso sollte ich? Magst du ihn, Timon? Nein. Ich mag. Ich bin euch ein. Ich mag auch keine Ukraine. Ich mag einfach... Machst du Deutschland? Warum machst du keine Ukraine? Weil... Hattest du seine Gründe. Aber äh... Sag mal die Gründe. Sag mal die Gründe. Sag mal. Sag mal. Das geht mich was an, weil ich bin halb Pole und halb Ukrainer. Also Russland. Pech. Sag mal. Nein. Der Junge sagt jetzt. Nein. Ich halte mich an diese Drehung. Ich halte mich in dieser Politik hier raus. Ja. Aber wenn du was dagegen hast, musst du es auch äußern. Ja eben. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab nichts dagegen. Du hast nichts dagegen. Dann juckt das keiner. Ich hab nichts dagegen. Ich mag es einfach nur nicht. Ja. Warum? Warum? Ja. Das hat... Ihre Gründe. Ja. Sag dann... Dann sag die Gründe. Doch. Doch. Weil du nicht weißt was. Ja. Er hat keine Gründe damit. Ich schwöre. Ich hab Gründe. Aber das hat euch nichts interessiert. Junge dann sag. Ich mag doch viele Länder nicht. Warum sollte ich jetzt Länder reden? Ja. Weil es verschiedene Gründe dafür gibt. Ja. Dann sag doch einen Grund wenigstens. Dann sag warum. Ich mag auch kein Israel. Ich mag ja auch kein... Ja. Warum denn? Warum? Israel. Warum? Nein. Ukraine. Allgemein. Junge. Wenn ich was nicht mag, dann weiß ich auch warum. Ich weiß auch warum. Bro. Geh mal. Wie heißt du bei Erdbeck? Hallo. Ich bin's. Wir sind voll. Nein, Mann. Junge. Wir sind voll. Wir sind voll. Bro. Gamer. Sorry. Wir sind voll. Wir sind voll mit Sachen in seinem Arsch. Schlüssel. Äh. Ach. Mich kann ich nicht einladen, Mann. Habe ich schon mit so geschadet haben. Den Hüllenschlüssel haben, die Hüllen. Den Hüllenschlüssel haben, die Hüllen. Den Hüllenschlüssel haben, die Hüllen. Nein. Ähm. Du kannst auch deine Mission hier rein. Wenn du dich Rassist sein. Ich bin immer selber Ausländer. Wir meinen vielleicht trinkst. Vielleicht bist du ja Rassist gegen dunkle Leute oder so. Nein. Magst du keine schwarze Leute, Junge. Hä? Warum magst du die nicht? Was hast du gegen schwarze Leute? Was hast du gegen schwarze Leute? Warum magst du die nicht? Was hast du gegen schwarze Leute? Das ist auch nur Mensch. Ja. Das ist doch nicht so. Mensch ist Mensch. Woher soll welche Haut? Also ich mag gerne. Ich mag schwarze Leute. Von Frauen. Ich auch, hä? Ich hab da nichts gesagt. Meine Freundin ist uns leuchtig. Ehrlich? Wer ist sie? Auch 15. Wow. Oh, nice. Ist das eine feste Freundin? Ich bin tot. Ja, ja. Ja, ja. Ehrlich? Hm. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Bist du ein weißer? Hm. Ja, man glaubst du eine Scheiße. Hm? Was? Bist du das ist? Ja, weil ich kann auch sagen. Bist du das ist? Bist du das ist, Simon? Ja, nein. Ich mag doch selber schwarze Frauen. Aber nein, bist du weißhäutig? Ja. Warum hast du dann gesagt? Oh. Weil du ein Programm ab, weil du nicht so hohes level bist,omesend kannst du nicht beitreten. Es sind 140 ambitionen. Welches Level bist du denn pro gamer? Ich bin nur selber. Ich bin nur ... Ich bin nur selber. Ich bin nur selber. Ich bin nur selber. Ich bin selber selber. Es muss mindestens 110 sein. Ja. Ah, nein, das ist 140er, mindestens 120. Ihr werdet gleich nachdenken jetzt. Egal welche Haut, 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 Haut... Ich bin in den Burg gespawnt. Ich bin gestorben. So, zu, B, O, P... Und alle Scherben ist die Mission vorbei, ne? Wir müssen auch immer die Vasen zerstören, die geben voll viel Gold. Wir brauchen aber auch bessere Waffen. Jawohl, zerstört immer die Vasen, Mann, die geben richtig viel Gold. Ich hoffe mal, Mann. Oh nein! Oh nein! Ja, was hat... Irgendwo ist ja andere. Oh nein! Gibt's die Türke? Nein. Jungs,nah. O,oan! Oh, ich bin jetzt hier schon wieder tot. Ja, ich kann das abdauer sein. Ich bin ein De Ich auch. 밖에por deineồnge ist schon wieder tot? Du bist doch dein Deなんだ. Du bist auch dich gestre peine. Mann! Du wirst dich so auf dich gestremen. warum ich bin stark so ich habe nicht bewegen mann jungen war konnte ich dich nun nur weil der kleine geistig so festgehalten hat der kleine psor ich habe eine idee mit einsam missionen es geht ja um das wir kriegen immer weniger sachen es geht ja nicht um das in dieser pläne ist einfach junge aber um loben ist jung krieg mal weniger sachen junge wir schaffen die eh nicht abonniert das ist nicht gut ich halte nicht nach abos entweder abonnieren oder nicht jung ich habe noch nie so nach einem abos gejagt junge junge so wie der benny gamer junge junge benny gamer junge der freunde fragt immer richtig nach und das war unsympathisch das ist einfach nie dass dort erstmal den anderen ein wenn ich aber nicht auf die das und das nicht machen oder bekommt ihr das und das nicht groß bist du an der endings bist du pro pro games bist du das ja ich bin ich habe gesehen junge junge wieso bist du abwesend ich bin nur stimmt abwesend ich habe gesehen junge die junge wieso bist du abwesend hallo junge wieso bist du abwesend möchte ich das deine mama sagen so ist dein vater sagen durch seine oma sagen durch den urgroßhörer sagen wir starten jetzt noch mal das labor in der 40er start den lachse so gut ist nein so eine der was gegen trainer hat was los ja ist auch so ich hab doch nichts gegen ukraine das hast du gegen ukraine mann auger kick und dann fliegst du aus der gruppe raus fliegen mit flügel aber sag jetzt mal bitte ich habe den grund warum ich also ich mag die ukraine ich hasse sie nicht aber ich hasse die amerikaner und die jetzt aber die ukraine löschen wir schon bei der nato na ja deswegen mag ich ja nicht weil ich will richtig in der nato rein junge russland wurde früher von ukraine angegriffen aber ist die ukraine jetzt in der nato eigentlich habt ihr gar nicht weiter verfolgt sie trauen sich nicht falls man hat den jungen die löschen aber richtig bei der nato junge ich weiß aber gut ihn lasst es nicht zu ich mag die einfach nicht weil die richtig bei deutschland und so wie es ist die geben den waffen die geben denn alles aber was ist mit den anderen ländern und was mit den anderen gändern ja deutschland dinge geben den die ganze zeit waffen was mit den anderen ländern so ist das noch auch zu den land mann mein land hat zum beispiel zwei millionen von denen aufgenommen kommst du her das ist ja auch in der nato bei jungen polen ist der nato junge bist du dumm du bist dumm polen ist ehrlich da drin ich mag ehrlich na klar ist ehrlich so polen ist recht an der grenze von ukraine da unten aber die sind in der nato drin alle die in der sowjetunion waren dürfen nicht zu denen aber nicht zu nato aber denkt man einmal polen ist polen ist aber ehrlich da drin google doch mal russland wirklich nur ukraine angreifen die werden rote knopfe die werden das ganze land zerstören wir werden die ganze welt zerstören ja welt wahrscheinlich zum glück bin ich ja wenn die die einmal die grenze von deutschland überqueren wird es direkt einen krieg geben was man das schon mal am 12 märz 1999 traten polen tschechien und ungarn der nato bei im jahr 2004 trotz mitgliedschaften der nato ist junge du hast keine ahnung wald deine fresse weiterhin eines der koordinativen der wiese grad gruppe insbesondere das teils angespannt zu russland ist ein kammen der wälder guck doch polen ist in der nato mann wälder mann egal du hast mir mal gesicht wappen am anfang habe ich hab jetzt meinen grund gehört warum ich nicht mein grund krasser grund gegen ja scheiß drauf scheiß auf politik ja dann werden doch politiker man ich bin junge ich bin politiker ich bin vorstandsmitglied bei afd junge ich kämpfe nach österreich ich kämpfe nach österreich ich kämpfe nach österreich wir machen one shot oh lola will das ich auch die ganze zeit aber ich mach nichts jüngstens brian brian nicht sterben wir haben wirklich hätte okay was lebt das wahl ich liebe das ich bin bosnia ich bin afrikaner aber aber warte mal kurz ich habe die aber wie ich frage mich immer noch die jügoslawien einfach weggesand oder ich weiß wie man es war so dumm weil ich bei ihnen das halbete von kursen ist so schön aber die albanen hoffen alles sind ja mal ein paar größe so ganz ganz herzlich jugoslawien und also ich sag jetzt jugoslawien ganz jugoslawien schön oder war schön aber da dass die die sind weil die war einer bestellen er hat mich die stärksten aber einer der stärksten länder oder man war ja ein eigenes land jetzt gerade so die machen nicht one shot amerika ist gerade das stärkste land aber nicht einmal deutschland nein eigentlich korea war die hatten die haben atombauten die santa mehr korea das sind die schlimmsten regeln die die haben man muss man muss einfach sein bild von diesen präsidenten anstatt seine kinder retten wenn ein haus brennt oder so bombe gesundheit jungen was soll man hier machen man ich habe keine ahnung kauft und kauft hört sich schon so an wie also so ein asoziales pack junge das ist doch kauft denn ich auch ein asoziales wort oder so ist auch so junge ich bin ich scheiße auch nicht also soziale das einzige land was ich liebe ist mein deutschland deutschland für deutschland und schattet und ich weiß nicht was man hier machen soll man ich kenne die scheiße nicht wo bist du denn und ich habe die kacke hier noch nie gespielt in gott und am verraten ich weiß nicht was man hier machen soll junge aber ich verstehe nicht warum sie sich gegeneinander angegriffen haben nein ganz ganz jesuslawien hat schon angegriffen ich weiß was gegen albaner nur kurze in amerika ich gehe essen junge was für gewisse essen eine mission junge junge alle spaß ich esse hier ich habe doch so dumm wie alt zusammen 33 jahre hier ist neue hier ist nichts mehr ich bin 40 jahre alt entweder bist du 10 oder 12 junge du bist 10 oder so ich bin 12 was für 10 werd dich und werd euch verarscht ich habe vielleicht schon mal ein paar stunden ich habe die ganze zeit schweiß ich schon lutschen äh ich mein von links zu was hast du gelutscht weis? was hast du gelutscht weis? ich habe einfach Kampfsport uuuhu man hat einen Ton im Kampfsport ich habe es genommen wen? dich? mich? was hast du gesagt? du hast gesagt dein Hals-Coupé von Lutschen ok, jetzt? dann habe ich gesagt äh was? dann hast du gesagt das große Ding habe ich gesagt das Ding von deiner Schwester ich weiß ja was nicht richtig ist hast du eine Schwester? nein aber ich kann ihm gerne eine Zone er hat ja geile eine Zone so mach mal bitte ja ich check mich gleich den zweiten Bruder, der egal jetzt moin, geh weiter in den Kindergarten trillen geh dich in den Kindergarten und Leuten fitz machen na, ich fitz dich brauchst du ja, oder? ich fitz dich du willst mich fitzen? na na jetzt beruhigt euch hier, mein Mann benimmt euch, mein Mann also lass mal in die Schule soll er erstmal Vollschule fertig machen und Bankerniteln welche Schule? vollschule ja, warum ist zwei Monat, der Junge wie? ich mach ja alles hier alleine ich wollte, habt ihr es gehört? ich bin ein Bär ich bin eine Schlampe ich bin eine Schlampe jung, hör doch mal auf mit die Scheiße hier Mann ich hab nichts gemacht, ich bin die ganze ruhig aber der Gangster fügt ihn ne, hört mal auf damit wie? mein Geist hm, fuck, du spielst doch auch viel, oder nicht? aber du bist auch schon Maximum Level aber du bist auch schon Maximum Level in unentdeckten Laborräumen bei einem Feuer ich bin ein Bär 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 gut weg ich mach schon wieder alles Solo wo, ich mach alles Solo hier wo, wo mach ich noch was? wo mach ich noch was? ich mach die ganze Zeit hier alles so hm, muss nicht egal so sein ich mach immer alles Solo, Junge mach ich noch alles zu, Junge guck mal ich sammle auch die Münzen hier ein und ich werde mehr Gold bekommen ich will hier scheiße, ich auch auf den Bär ich bin der Bär ach, okay, alles gut ähm, rdw Junge auch, ich hab keine Ahnung von die Scheiße ich hab die Kack ja noch nie gespielt, Mann ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ich hab, ich hab, ich hab, ich hab hier hoch hier komm hoch dann gehst du hier nochmal zurück hier, hier, zurück, zurück, durch die Tür ja, gehst du hier durch das Se- nein nein, hier durch diese zwei Tore hier durch den Safe durch den Safe durch den Safe durch den Safe den Safe ja, gehst du hier runter gehst du hier nach vorne zu der Türe natürlich darf ich rein ich bin ein ich bin ein krasser Schrauber ich bin down doch nicht hier? ich bin ein Geist ich bin down ey, warum seid ihr alle down ich hab alles selber Junge, ich weiß nicht wo, Mann ich hab keine Ahnung von die Scheiße folg mir einfach mach das, was ich mach Junge, ich weiß nicht was man da machen soll gut, ich erklär's dir du hast diese violetten Fuchteldinger, ne? die machst du kaputt bis du Schlüssel hast dann mach ich das Tor auf und dann schießt du äh, nee, dann hebst du den Schlüssel auf da liegt dann einfach irgendwo warum machst du denn jetzt? den siehst du auf der Mini-Map oder auf der Map halt meine Pindertum und dann gehst du dann hin den hebst du da auf und dann machen wir das nächste Tor und dann? und dann sind wir fertig wie? dann kehren wir noch kurz Wladimir Putin ja, hör auf den Bus so, jetzt starte ich ja, Bus warum warst du denn down? weil ich weil ich alles alleine gemacht habe Junge, ich war die ganze Zeit da ich hab auch keine 700 Millionen Leben normal hast du das ich hab 400.000 oder 500.000 ja guck das reicht doch das ist aber keine Million das ist aber keine Million warum bist du denn gestorben? ja, weil ich nicht wusste was ich machen soll ich hab die 650 V-Box ich bin Ficker sammeln Fifa? hä? sammeln Fifa muss auf hat er gesagt hab die Fifa? ich hab Bock zu spielen Junge bist du dumm Junge wer spielt noch Fifa? Junge Fifa Junge die sind hängen geblieben die machen einfach an den anderen Junge die machen Junge die bringen einfach Hero Pack raus umsonst umsonst? umsonst? ich bin jetzt außerhalb von der Mission dann hab ich kranke Waffen Junge hat doch jedermann habt ihr Nox? ja, hab Skizze sogar hast du auch Skizze? nein ja guck also habt ihr krasse Skizzen? ja na nein glaub mal irgendwann rdw brauchst du gar nicht mehr musst du nur flexen machen das ist eh nichts mehr wert ich war das einzige womit man flexen ist ist mit einer Nox-Skizze oder wenn man einen großen Schwanz hat hmm haja bruder arme brain ja du hast gar keinen redbar nicht ich frag deine Schwester sie weiß es ich hab keine Schwester in neun Monaten schon halt die Fresse, Digga, sag das nochmal du fliegst, du fliegst, du fliegst, ich sag's ja darf ich hinkicken? darf ich ihn kicken? nö warum nicht? neuner Zuschauer was? der hat abonniert egal trotzdem, er hat meine Schwester beleidigt Junge du hast nicht meine Schwester ich hab eine Schwester Junge du hast vorhin gesagt du hast keine ich weiß ich weiß weil ich nicht will dass er ich weiß die Welt ist doch eine Schwester ja ich hab eine Schwester ja ich hab eine Schwester ja ich hab das Falsche gestartet ich hab das Falsche gestartet ja ihr müsst vegan werden, ok? Junge ist er vegan, Junge der Trotter nein, Mann ich hab nicht vegan ich hab Spaß schick mal Junge, wer vegan wird, hat andere Waffel ich hab den grünen Schlüssel ich hab den Schattenschlüssel gefunden ich hab den Schattenschlüssel gefunden ich hab deine Mutter gefunden ich hab deine Mutter gefunden die lag bei mir im Bett ah, wie ziemlich kann man nicht gehen hey, aber hör auf Junge hör jetzt auf auf Mutter zu gehen, Mann ich bin nicht einmal auf weil letztes Mal hat auch einer geschrieben, Junge du bist auf meine Schwester gegangen und auf meine Schwester geht's Junge, wenn ich nicht live, Junge wird mich das sich jucken, Mann aber wenn man live ist, Junge die Leute können dann melden oder so ne Scheiße dann mach live aus ey, der Typ sagt ey, der Typ sagt ja, ich werd den Kühn du, also weißt, was ich in deinem Alter gemacht habe? was hast du gesagt? weißt, was ich in deinem Alter gemacht habe? ich mein, die Sandkosten ich hab die Sand gegessen ja, sei jetzt leise, sei halt der Mund ich weiß nicht mal, wie alt ich bin, der ja du bist zwölf oder nein, ich bin vierzehn du bist vierzehn naja naja ja, dann komm erst mal im Stimmbruch Junge, halt mal deine Fresse, Junge Junge Junge, wer bist du denn, Ghost? ja ich bin 15 Junge, du bist ja Junge, du bist ja genauso an wie er fix mich an ja Junge, du bist ja genauso an Junge, du bist auch nicht die Strumpel nicht im Bruch, also was fix? was fix? nix? nix? du bist gar nix, Mann wie hattest du denn? wie hattest du denn? du bist 25 wie hattest du denn? du bist 25 ja und? du bist 25, willst du mich verarschen? ja und was ist irgendwas los? was ist das Problem dagegen? was ist das Problem? ey warte, lass mich schlafen, du kommst entweder aus Frankfurt oder aus NRW ja meinst du mich oder den anderen? den anderen komm, ich komm aus der Schweiz hä? du hast gesagt, komm zu Deutschland wann habe ich das gesagt? hä? als wir Dings dann mit dem Typen diskutiert haben da habe ich gesagt, mein Land ist Polen, ich komme aber nicht aus Polen, also ich wohne nicht in Polen ach so hä? und der andere? ja der Timon mhm Deutschland wovon kommst du noch nach? hier ist Deutschland ah ja, schweig Heulstein wo? schweig Heulstein wo kommst du denn her? ich komm aus Viana City woher? in Vienna, Wien was für Viana City sind wir in Mailand? was in Mailand? aber für wie alt hättest du mich denn geschätzt, man? in 17 ja was für 17, Junge was ist das bei dir denn kaputt? warte jetzt mal ehrlich, warum spielst du mit einem 12-jährigen? Junge, bist du dumm? Junge, ess dich mal 12 und er darf machen was er will, er ist ein freier Mensch was ist das Junge, das ist nur ein Spiel, man, das ist kein Re-Life wir haben 2022 Junge, mal merk ich, dass du ein bisschen dumm bist, ne? oh mein Gott, was hat komm, schmeiß den wirklich raus, ich hab gar keinen Bock auf den, Junge das ist auch mal geistig hängen geblieben, Junge das ist nur ein Spiel, man na, kein Ahmer, was ist das das kann Re-Life er denkt alles ist Re-Life er denkt, wenn er in Fortn... er denkt 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 wenn er in Fortn... er macht er so... in Fortn... er denkt wenn er in Fortn... er denkt wenn er in Fortn... er denkt wenn er in Fortn... er denkt... keine Ahnung was soll man noch zu sagen ich hab so schwule Waffen die ganze Zeit aber was muss man jetzt hier machen, ich hab keine Ahnung einfach das hier kaputt machen jetzt haben wir zwei von drei Schlüssel jetzt noch das andere hinter dir hier guck mal hier komm mal zu mir, guck mal wo ich bin jetzt? hier? hm das müssen wir jetzt hier kaputt machen das Violette muss kaputt gehen das hat eine bestimmte Lebenserzahl geht aber ganz schnell kaputt mit dem Schwert am besten ich muss ein bisschen Leben regenerieren wenn ich vielleicht sterbe ich hab 400k gerade 200k du bist fast tot, ne? hm ich sehe man ich schieße dich ich schieße dich ich schieße dich ich schieße dich lock die Zombies einfach weg ich mach dieses Ding kaputt du bist kein wer du bist kein wer dann wirst du dieser Geist guck hier dunk kannst du hier rein genau jetzt sind wir in der neuen Welt hier kannst du wenn du stirbst zurücklaufen und dich hier wieder hochholen ok bei dem alten Feldsack hier jetzt müssen wir einfach nur waffen ja hier zum Beispiel ich hab jetzt schon mal eine Schreife du darfst nicht in Fallen reinlaufen boah Junge direkt reingelaufen ich hasste das Junge du machst Schaden Junge wie der einen immer so fest hält denn da ja die Falle? ja ich glaub schon down ja du kannst dich aber wie gesagt wiederbeleben guck mal warte mal ich mach das kurz für dich das ist glaub ich bisschen kompliziert für dich jetzt lebst du wieder ja boah ich sterbe nicht ich bin rein einfach das violette kaputt machen wolltest du doch hinfragen oder? ja ich stell's mir grad die ganze Zeit vor wie er wenn er echt äh in Fortnite zahlt stirbt wir dann so diese äh was er dann halt macht das ist ach ja nun mal da waren wir nur dumm man hier kann man ultra gut hier hinstehen dann baue ich hier äh zwei Wände oder so und dann baue ich von hier aus siehst du guck mal wo ich stehe hier kannst du hier oben auch hinstehen kann man hier hoch? ich frag mal links man wo der hält aber voll viel auszersteuern ne ja jetzt so bisschen hälter schon aber das ist fast down aber das ist fast down jetzt so das erste ist tot jetzt kommen wir zum nächsten da wo dieses äh Fragezeichen ist da wo dieses äh Fragezeichen ist Hier liegt jetzt ein Schlüssel. Ah, das Ding macht wieder Schaden. Ist halt der 160er. Wir hätten ein bisschen einfacher mit dir anfangen müssen, damit du's, äh, Dings, gecheckt hättest. Checkst du? Damit du erstmal mit kleineren, äh, Dings klackernst. Ich glaube, ich war schon wieder auf jeden Fall. Du fängst ja auch nicht direkt mit, äh, 140ern, ne? Ja, aber ich habe vorhin mit Kollegen das, glaube ich, auch schon mal gespielt. Ja? Das ist schon lange her, Mann. Ich habe doch Waffen, ich habe keine Waffen. Kannst du aber auch mit Waffen kaputt machen, das weißt du, ne? Nö. Oh, nein, ist das nicht. Also ich werde nicht rufen, ne? Warte mal, ich habe Keksboxen drin, ne? Hast du Keksboxen drin, ne? Nö. Hättest du Keksboxen, hättest du halt Keksboxen drin. Guck, jetzt kriege ich hier wieder Leben. Und jetzt können wir zum nächsten. Jetzt gehen wir hier durch das Loch. Durch den Tunnel hier. Oh, Steine von oben. Cool. Bin ich tot. Was soll ich jetzt machen? Ja. Du siehst mich ja als geiles Volk mir einfach. Aber warum bist du down? Weil ich dann diese Steinfalle da eben gestanden bin. Kann ich hier beleben? Ach, ich glaube, ich bin auch down, Mann. Du bist so tot. Ja. Pass auf, einfach nur wiederbeleben. Einfach nur regenerieren lassen. Ja, ich kann nichts machen, Mann. Ich glaube, normal, das ist eine Mission, die man auch zu viert spielen muss. Lass mal erst mal so Missionen spielen, die ich starten kann. Checkst du? Da sterbe ich auch nicht direkt. Oder wollen wir erst mal auf öffentlich meine, also hunderter Missionen spielen? Können wir auch, wie du möchtest, Mann. Dann machen wir jetzt erst mal auf öffentlich. Dann guckst du zu, wie wir das, ich und zwei andere, glaube ich, machen. Machst du einfach mit, genau das gleiche. Ich knallst halt diese vielen Dinge ab. Und am Ende knallst du halt Wladimir Putin einfach ab. Der ist halt Vlad, deswegen nenne ich ihn Wladimir Putin. Und wenn er dann halt dead ist, haben wir gewonnen. Dann musst du einfach nur die Münzen einsammeln. Je nach Münzen kriegst du dann mehr XP. Okay. Du brauchst eh kein XP mehr, du bist ja eh schon 310. Ja. Aber du kriegst halt, wenn wir das zweimal spielen, kriegst du ein Helden. Okay. Außer du hast ihn schon. Gruften, dann das Labor hunderter. Lern und guck zu. Mach mit, am besten. Wir fehlen noch 5 Blitzlevel, dann kann ich 140er starten. Komm rein. Kommst du rein? Werner? Timon? Junge, Junge, du bist ja Werner, Mann. Hast du jetzt öffentlich geschaltet, eigentlich? Ja, ja. Okay, okay. Jetzt kommen 120er, so wie du und so rein. Oh, du hast nicht öffentlich geschaltet. Doch, hab ich. Also es würden ja Leute reinschauen. Ja, kommen sie jetzt langsam hoch. Ich glaube ja nicht, Mann. Was? Ich glaube ja nicht. Doch, doch. Ich weiß ja nicht. Guck, und da musst du mitkommen, da wo ich hingehe. Der muss einfach so bleiben. Hm. Kommst du rein? Ja. Hast du ein PC oder so? Werner? 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 Simon Werner Franziskus Winkler Was bekommt man jetzt genau über Kruften und so? Weil ich weiß das gar nicht, man. Wenn wir das hier zweimal spielen, kriegst du einen Helden. Was für einen Helden denn? Das ist, glaube ich, so was wie ein Eiskönig oder so. Nein. Ich glaube, ich habe auch alle Helden, aber egal. Hast du alle mythischen Helden? Alle, Mann. Kannst du den sammeln und packen, dann kriegst du ein bisschen XP. Cool. Guck, hier müssen wir uns schönsteilen. Hier. Ich mach den Gritty. Böööö. Siehst du? Guck die Blitzlevel an. 126 und 25. Ah, Lowlevel, ne? 125 ist Lowlevel. 126. Wer hat Lowlevel, ne? Hm? Lowlevel. Lowlevel? Ja. Also bin ich ein komplettes Lowlevel? Ja. Ist schon ein geiler Satz. Was sagst du? Ah, du bist also die Hilfskraft, Tomra, der Fieslinge, oder? Nun, ein alter Freund bat den RDF um Unterstützung bei einem grausend Experiment. Nee, Brot. Wie, hier hin so, er ist. Siehst du es? Er hat schon fast da und da. Und? Siehst du? Hier geht es richtig schnell ab. Aber warum geht der Notskin hier zum Schlüssel hin? Wer? Der Notskin hier wins. Der geht zum Schlüssel. Muss er ja. Dann geh ich doch auch mal hin. Hä, warum? Mit dem Schlüssel kannst du dann die Türe aufmachen. Ich hab keine Ahnung von... Ich hab keine Ahnung von Frucht. Ich spiel das nicht. Ich bin Schlüssel mal eingesammelt jetzt. Und jetzt? Junge, die scheiß NoScan-Ratte. Junge, warum ich über NoScan in LW, Junge? Vielleicht hat er nichts anderes. Traurig. Aber nein. Es ist auch so. Ich mag nur es ganz ein wenig so richtig. Weiß ich mal. Guck, jetzt ist die Türe ja offen. Jetzt gehst du mal nicht durch. Du wirst automatisch gefällt. Wenn du das Feuer siehst, waren wir hier noch nicht? Jetzt gehen wir mal hier hin. Einfach die Uhren an und so kaputt machen. Alles was du findest. Hier hast du dann zum Beispiel ne Waffe. Ich hab nur solch ne Pistole. Die Stadt. Im Namen des Rats der Fieslinger sind wir für die Führung hier. Unser Lagerkrieg. Wenn's ist doch gar kein NoScan. Ey, Junge. Weil dir lädt der Skin nicht. Das ist gar kein NoScan. Du wirst den geilen Skin. Du wirst den geilen Skin. Das ist ein RDW-Paket-Scan. Ich hab mal sowohl gebacken, ne? Er ist aber auch ein High Level. Ich glaub er nicht, dass er da ist. Ich glaub er Lola will. Der eine ist schon gut. Der eine ist 95. Echt? Jaaa, Junge ist Low Level für mich. Ich bin Low Level, ne? Ich bin Low Level. Jaaa. Aber woher kann's nicht so gut aussehen, den unerfangenden Mann? Unerfangenden kann ich mich nicht gut aussehen. Ich mach den Dings, Mann. Kruften. Bist du ein Krufti in New Life? Ich bin so ein Junk, jaa. Ehrlich? Jaa. Was ist ein Krufti in New Life? Nein. Nein. Ehrlich nicht. Ich weiß nicht, was du damit meinst, ne? Okay. Was machst du dann? Alles gut. Sag mal. Guck, jetzt mach ich wieder die Tür auf. Ich sammle jetzt sonst Gold ein. Kruften geht vor langen Stunden oder so, ne? Jaaaa. Boah, nein. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Kruften. Das geht seit zehn Minuten. Noch fünf Minuten oder so? Hier haben wir, Kollege spielt eine Stunde gedauert, Junge. Kollege ist anscheinlich schlecht. Nein, der ist Max und Level, Junge. Das heißt aber nicht, dass wir Kruften der beste ist. so ist wie immer der Sieg vor Ort Monopo Opa auch wir haben einen Begriff hat mein Sohn aus in der Woche er hat er auch Prozent ein ich weiß nicht was ich hier machen soll, man am besten einfach aufpassen weil das... ich hab so nie richtig gespielt, ich hab immer nur unterfangen und so okay, chill, heul nicht, okay, heul nicht ja, dann hör auf damit jetzt müsst ihr wieder mir sagen moin, fragezeichen du siehst, wo oben, moin, fragezeichen, heißt eislus, ja also, bei mir wird noch fragezeichen angezeigt, also er ist alt wie heißt er dann? eislus, ja, lucian das ist ein schöner name, finde ich und ich brauche heutzutage, lucian danke, bitte lucian heißt es in echt so verstecke mit eingebautem Deluxe-Lava-Wasserfall sind schwer zu finden Moment das muss ein renoviertes Geothermie-Kraftwerk sein hm, nur hübscher... hübscher Name, man doktor hat wirklich einen exquisiten Geschmack zwischen Land kommst du was für ein Landsmann bist du der Landsmann bist du der Landsfrau fangiert auch lucian ist eher ein junger Name ich glaub wer das ein weiblicher Name ist hm, weiß nicht lucian ist ähm, männlich oder weiblicher Name das weiß ich nicht oder männlich hm, männlich, siehst du? ich kann viele Lust hier, ist mein Ding schön ich bin ein Leer ja, wie komm ich da durch? durch den Laser du bist ja Profi und du musst doch wissen boah, die Schuhe 6 Drohne die gibt mir 54 Schaden jungen, wieviel fährt's hier? aber da kommt man nicht durch was sollen wir jetzt machen? irgendwie muss man da doch durchkommen nein, da kommt man nicht durch du, hier weißt du wie man durch den Laser durchkommt jungen, wie soll der das denn wissen? ah, ich weiß wie wie denn? ich sag's dir gleich oh, bei mir sind Zombies muss mir helfen, die Zombies weg ähm, dann muss ich versuchen wenn ich's machen will wenn ich's machen will oh komm, ist gut man ich weiß eh, dass man da durchkommt ich weiß eh, dass man da durchkommt ich brauch Hilfe die Arme oh, der immer noch er sagt, wir sind irgendwo nicht halte so es geht irgendwie anders auf oh es geht irgendwie anders auf oh und dann geht es in der Vorführung und dann machen wir vor wenig Damage jungen, ich bin Sack hier doch nicht du kannst abbauen fast geschafft warst du da bei den Stein? hm, da hab ich mich schon weg durchs böse Pläne zu durchkreuzen unfassbar, dass wir das wirklich tun aber wie der Rat der Fieslinge sagt wenn ein Fiesling Böses tut und kein normaler Mensch da ist der um Gnade flehen kann dann wurde ich jetzt teleportiert von der Ohne aber hier der Schlüssel ist geil, ich wurde einfach zum Schlüssel teleportiert ja der erste Schlüssel der Weg ist blockiert der Weg ist blockiert komm schon Doktor du bist doch ein besserer Fiesling du liebst dein Versteck doch dann stell auch gute Handwerker ein die nicht pushen ich bin auch und bist du hier vor mir? ja folgt mir folgt mir komm hinter mir ich habe kurz was zu trinken geholt aber junge warum greift mich an was der dings an mann junge ich gehe dich ok ich gehe dich kurz hier weißt du du musst was lernen wie komme ich denn dahin um dich zu wählen nicht schon wieder sterben nicht sterben bei mir ist ein mini boss herr lucia lucifer was meinst du mal mit aufgewalten junge ich habe kurz dings hoch im wurschaum welchen schäumschild meinst du mann schade war plan karton brutal oder so was braucht denn der weiß ich nicht muss sie was bei welchen schäumschild meinst du was geil ist ich kann hier die lager kaputt machen die fokussieren mich gar nicht weil ich hier oben aufstehe bist du schon wieder tot ich habe kurz dings geguckt nichts geguckt man guckt nicht in den chat ich muss junge ich muss nicht so kacken was musst du dann ich gehe dich jetzt das letzte mal hier lernen ok ich will mal kurz ich beobute mich nicht man bitteschön nein mann ich muss kurz noch mal gucken was er geschrieben hat wo bist du lustig war wenn du möchtest kannst du mir auch gleich einladen kann ich dir helfen ich meine nach der mission junge man braucht hilfe und schäumschild oder so ich kann mich darin komplett aus ich weiß alles alles wird gut ja klar nichts ist so unberechenbar wie einfach durch die Tür zu gehen ich hoffe euch hat unsere kleine Tour gefallen wir sind hier am wir wollen nur verhindern dass ihr die Welt verändert oder sie sogar verbessert wir wollen die Welt nicht verbessern wir wollen Dinge das andere wurde wir erhalten jetzt in der tat ein höhlen implantat das oder 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 pagina oder 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 Timon, Timon, was ist los? Jetzt ist der Endkampf. Boah, ehrlich? Ja, gegen Wladimir Putin. Aber ich glaube, ich bin down, oder? Bist du down? Ich bin down. Wo ist das genau? Der ist hier oben. Warte mal, wo bist du? Komm ich da hin? Warum bist du down? Siehst du hier, wo ich bin? Siehst du nicht? Warum bist du down? Jetzt lauf hier. Wie kann ich dich beleben? Dann musst du hier nach oben an die Decke. Kannst du mich, Tim. Was soll ich hier machen? Den hier oben. Den Wladimir Putin hier töten. Wo denn? Hi, Pi. Wladimir Putin umbringen. Wladimir Putin umbringen. Wladimir Putin umbringen. Wer ist denn, Lutscher? Da oben auf dem Dach steht Wladimir Putin. Ja. Ja. Wie soll ich den dann töten, Junge? Der voll HP. Das schaffe ich nicht. Nein, Mann, das schaffe ich nicht. Du musst ihn umbringen. Du musst ihn umbringen. Der bekommt keinen Schaden. Du darfst einfach nur nicht sterben. Du darfst einfach nur nicht sterben. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich krieg keinen Schaden. Der Godmode. Doch, aber... Oh, ich bin auch stuck hier, Junge. Er kriegt schon, aber er ist... Du musst ihn mal mit dem Schwert an. Vielleicht ist er Schwertverlucht da. Irgendwas machen die Teammates. Ich bin alle down, ne? Was ist denn? Ja, ich kann nichts machen, Junge. Der ist so stark, Mann. Ich kann nichts machen. Junge, warum wirst du dann down? Weil ich gegen ihn gekämpft habe. Ich habe ihm das, was er nicht mehr am Leben hat, habe ich ihn weggenommen. Ja, aber warum bist du down? Du musst ihn mit Maschinenpistole, Keksboxen und... Äh, äh, Dings. Kunai-Gewitter. Ich habe das alles nicht. Junge, ich spiel'n Decker, Junge. Scheiße. Man spielt keinen Decker, aber egal. Junge, ich spiel'n nicht. Ich hab'n... Nein, lass'n... Nein, lass'n... Vielleicht schaffen die Teammates das. Warte kurz. Der macht ihm gar keinen Schaden. Der ist komplett woanders. Nein, lass'n lieber. Nein. Doch. Wer darf denn das? Glaub'n mir. Lucia, soll ich dir auch helfen, oder...? Helf' ihn. Was? Ich helf' ihn, Junge. Wie willst du dir denn helfen, Junge? Haben wir das Slow-Level? Hm? Wie willst du dir denn helfen? Einfach helfen, what the fuck? Wir können dir noch beide helfen, mach' ich will doch mal. Aber lass' mal kurz... Nein, ich ja! Lass' mal kurz gucken, vielleicht schaffen die Teammates das. Warte, ihr könnt' noch eine Runde machen, muss kurz mit Hund raus, okay. Ja, hallo, das ist ein bisschen länger. Hast du einen großen oder kleinen Hund? Hä? 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 Ist der nicht teuer? Es geht, ne? Es geht, ne? Es ist schon ein bisschen, ne? 400? Das ist nicht teuer. Ist doch nicht teuer. Ist doch nicht teuer. Wie viel Taschengeld bekommst du pro Monat? Ich habe einen Schemi und ich bin gleich... Aber wie viel Taschengeld bekommst du pro Monat? Pro Monat? Ja. Ich bekomme keinen Monat. Ja. Also bekommst du gar kein Taschengeld? Nein. Also, Junge, wie willst du denn... Ich krieg einfach fast alles gekauft. Ja, ja. Wenn ich sage, ich will Meckes essen gehen, mein Gott. Ja, bis halt ein verwöhntes Kind, ne? Na, ja. Na klar. Weil, wenn man schon so hört, kriegst du alles gekauft, Junge. Du sagst, du bist auch nicht viel besser. 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 Ja, guck mal, ich bin ja auch schon erwachsen, Junge. Das ist was anderes. Junge, du bist... Du bist 14 oder so. Nein. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. Dann wären alle jetzt am Leben. Ja, geil, die Teammates machen doch schon. Glaub mir. Wir haben nur noch einen am Leben und der macht ihm gar keinen Schaden. Der ist halt Low Level. Der ist 95er. du musst der maschinen dann diese blitze da die musst du aktivieren dann schwächst du denn halt aber ich habe kein blutlo das ist ein problem du siehst du merkst ja selber du machst ja ich habe halt kein blutlo das ist das problem du musst irgendwo findet man hat aber ich weiß halt selber nicht wo ja keine ahnung du musst ihn halt auch in der kann ich bin ja ja das andere was hat dann endlich zeit um vladimir putin zu besiegen welchem land kommst du ich bin halt deutsch halb arabisch er macht sie halt ganz wenig schaden aber du machst ja ich bin nicht schaden na gut viel spaß ich warst ja versuch gibt dein bestes man man hallo habe ich dich gehört oder war es junge ich habe die ganze geräte man hört mich nicht was da los warum hat man nicht hört ins spiel steht erhalte eine fresse was für eine sperre man ich habe keine sperre reingemacht der hohe und hat mich ignoriert der bastard ich habe dich auch nicht gehört du hast mich auch ignoriert junge warum hat mich dann nicht gehört man und ich hatte ja nicht alles gut aber warum hat mich dann warum hat mich dann nicht gehört frag mich nicht ich habe keine ahnung aber warum war es ein deutscher junge dass man hier mal deutscher treffen ist so selten ja 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 Bestes energy. Wie findest du? Hallo? So da. Wie findest du Red Bull-Wassermelone? Ich trinke selten energy drink. Was trinkst du so? Wasser nur. Was? Kann sein. Nicht oder wie? Trinkst du viel energy drink oder was? Hm? Trinkst du viel energy drink? Nein. Glaubt man das nicht gut für dein Herz, man? Ich weiß. Junge, früher nonstop energy drink getrunken. Der Junge, man hatte richtig Herzschmerzen. Junge, man hatte richtig Herzschmerzen, Junge. Ich dachte, das war's. Junge, seit dem, nee, wirklich scheiße getrunken. Glaubt mal. Junge, also ich mein jetzt so mit 13,14 mal direkt am frühmorgen, wo man aufgestanden ist, ne? Kennst du die Booster, die 1,5 Liter? Natürlich. Junge, direkt am frühen Morgen reingezogen, die Scheiße. Ich kenn sie. Junge, davon geht man richtig kaputt. Ich schmatze immer so. Oder machst du das extra? Hm? Ich schmatze immer so. Ich schmatze immer so. Ich schmatze immer so. Ich schmatze immer so nicht. Ich schmatze immer so. Und wir geben auch Fahlen... Timon! Timon, du lach mal schon. Was ist los, man? Und der Lusche ist wieder da. Auch mein Leber. Hallo? 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 Ich nehm mich nicht weg... 4. Achso. Die liebste Soße zu schmatzen, so nicht egal, warte, essen? Normal. Mal. Komm raus, Timon, seien Sie geehrt, um rauszukommen. Bitte mit Renegade Pickaxe rauskommen. Sofort rauskommen. Sofort rauskommen. Sofort rauskommen. Sofort rauskommen! Hu, ha, ha! Erstmal, sag ich. Du bist gestummt! Irgendein Update machen und zu starten. Dann starte mal den Lachs hier. Musst du einen neuen Verstärker rauswählen. Upgrade. Neuen Verstärker. Wähl mal einen neuen Verstärker raus. Geht nicht? Wie? Klemmt der Verstärker? Hier hinstehen und, glaube ich, vierdeck unter Kreis drücken. Oh, Junge. Ah, okay. Warte mal. Ich glaube, hier klemmt etwas. Ich glaube, das Gebiss klemmt. Was? Weißt du? Das Stumste kann nicht Dings. Stöhnen. Deswegen geht es nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu tun. Ich glaube, das ist ein bisschen zu tun. Ich glaube, das ist ein bisschen zu tun. Das ist ein bisschen zu tun. Oh. 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 Ich bin da. Oh. 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 der scheiße ist nicht eingebaut felix hast du vor aufgaben brauchst du muss für die zuschauer da sein muss doch schon an kelly felix hast du aufgaben brauchst du mann schicken wir fahren können wir direkt machen wenn du möchtest also wenn ich das ja kurz fertig gemacht habe dann können wir das machen ist easy kann es euch versuchen beizutreten aber so kurz die mission hier machen was ist das? ja der Zuschauer Junge der irgendein Nebenmonster braucht ja ja dann kann ich hier kurz raus wo ich gerade bin ja ja dann kann ich hier kurz raus wo ich gerade bin hallo hallo ich brauche nichts man ich brauche nichts oder was für eine waffe was für fallen brauchst du ich finde lucian hört sich irgendwie so wie ein Frauennamen an mann der ja danke habt ihr auch höchste an der boden stacheln lucian was die waffen brauchst du ich hab keine ich bin selber irgendwie da ich hab meine Sachen irgendwo hingedroppt nimm alles auf hier was gibst du hier? alles ich bin ein Bär alle zornen was soll der scheiß? was soll der scheiß? was? alle haben zorn ja wo ich vor einem jahr oder zwei jahren meine zorn gekriegt habe war ich froh diga jetzt hat jeder lucian welches blitzlevel bist du? brauchst du waffen? brauchst du irgendwas? munition munition was denn für munition? was für munition? oh junge was brauchst du für munition? hm pistole? was ist pistole die kleine leichte? 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 ja ich hab nur 5k gedroppt brauchst du leichte munition? hinter dir hier liegt doch brauchst du diese munition? timon brauchst du diese munition? wenn ihr munition braucht ich stehe in meinem lager ungefähr 20 keine agiezellen oder so wir nehmen die kleine auf eine weitere welle kommt bald jungen der hat die ganzen 6k hier leite dich auf einen anderen brauchst du das? brauchst du das oder andere? jungen ich hab ihn schon 6k gegeben von die kleinste achso warte stoppen wir mal brauchst du noch andere? jungen du machst nicht richtig aggressiv Aura weil du guckst ja mal so knapp genug ich bin mal ganz kurz in meinem lager achso kann mir kurz jemand zu meinem lager diese tür da aufmachen? du kannst mein Kopf nicht anvisieren du kannst mein Kopf nicht anvisieren du kriegst das nicht hin braucht ihr irgendwas? nö aber löst aber auch nirgendwo ey hast du material ich hab gar nix man meinst du bauen? ja ich hab nix man ja bauen hab ich selber gar nicht ich hab 400 reiler metall und 400 stein jungen ich hab 9 holz 65 stein und 254 eisen man das einzige was ich brauche ist kohle und quartz und und NWE ähm point der hat alles man der gönnt nix wer braucht kohle ich jungen warum brauchst du kohle man denn weil ich nie kohle habe jungen ich hab doch letztes mal so viel getroppt 1k ja danke ich hab mehrere ich hab mehrere ihm hast du's gegeben dem einen da nein und wir äh wo ist der der wo äh timon du brauchst doch an mir wer ist das mit der ding braucht ähm stein hm timon du ja ja ich brauch Quartz hast du Quartz kristall? ich brauch Quartz hast du Quartz kristall? bitte hast du Quartz Quartz ich muss mal gucken ey Junge bist du dumm vor ein nein Quartz hab ich nicht Junge wir haben alles dupliziert man du hast alles Junge du brauchst nix erfreut sich ja jemand die 130er du jetzt hm ich brauch nix man Aura du hast alles ich hab kein Quartz Junge wir haben alles letztens zusammen dupliziert Junge du hast doch alles ich hab weiße Quartz ich hab weiße Quartz nein man erzähl ja kein ich hab echt nur drei wir haben so viel dupliziert Junge wie du Junge du hast doch alles ich hab doch letztens den einen da der hat Quartz gebraucht für etwas ja warum tropfst du auch so und übernehmen so viel ich hatte ein Stipe das hab ich ihm gegeben warum du kennst den nicht mal nochmal weil er heiler weißt du weil du Junge du wolltest bei den lutschen nein nicht bei dem da hat das Ding schon low level da hat du hast doch die Arschlinge halt von Aura halt die f- steck die durch und bei was nutzt du? bei Aura ne irgendwie jeder der Aura nutzt du ne ne man egal ob kleines Kind oder scheiße da Junge ey ähm ey warte warte ey gib mir mal kurz jemand recht hier bitte dann könnt ihr euch mal sowas cooles zeigen das ist nicht mal ne base ja jetzt baut du so nen Nazi-Kreuz selbst und seine base ist nis muss ja danke jetzt warte Achtung habt ihr mich spektralken ne ey was hast du Junge was hast du hier vor zu machen man Nazi-Kreuz nicht großes nicht großes einfach hier warte ja das ist eh scheiß egal nach der Mission wird eh alles zurückgesetzt das ist wegen Juck nicht hat die eine spektralklinge juck dir nicht nach der nach der Mission wird eh zurückgesetzt nein aber nicht die Munitionskiste doch wird zurückgesetzt doch ich schwörs dir Kisten werden zurückgesetzt guck mal auf mich die wird ehrlich zurückgesetzt guck mal was ich mach nach der nach der Mission wird alles immer zurückgesetzt wirst du gleich sehen dann kriegst du Ärger von den Füßen Junge du hast dich scheiße abgebaut der will sich nicht guck mal auf mich aber guck mal es machen doch Lucian lass gleich nochmal wenn du hier fertig hast du kannst reingehen hier uuuuuh lass dich scheiß hier töten Junge ich würde gucken wenn Junge wer das nicht da ist direkt im live stream alles alles Junge das warste alles löst das scheinwald oder mit spektralking das scheinwald ähm das scheinwald hier Lucian ist das scheinwald ich hä hä warum mission aber zu ende 60 leute noch hier noch mal kurz in der steinwald drein man muss kurz aus gucken ruhig wirklich was gemacht du hast das abgebaut jetzt gucken ob das wird eigentlich alles hat wie zettelmann ich muss jetzt nein ich muss das gucken du hast gesagt junge demut der thomas zurück gesetzt war die motion ich muss wirklich ja 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 ich muss noch mal gucken mal die noch mal kurz ein schaumschild rein also der verein hat den turm abgebaut der schieturm von früher wir gucken und jetzt haben wir da ist doch nicht immer noch kurz eigentlich in der mission wenn man damals abbaut alles wird wieder zurück gesetzt so wie mit die pfeil und so auch ja ja das neben der ist ja noch da das ist doch gut das ist total das ist so gerade ich gar nicht so 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 ja der baut einmal den turm ab der wichser ein das ist so ich aber klar weil es wird eh zurückgesetzt wieder ein verarscht ja ich hier raus man du brauchst es bei nebelmonster im hilfe ja ich habe gerade gequittet wo ich verlassen wollte moin controller ich meine dann zu schauen und dann töte kurz den nebelmonster hier so 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 ich helfe gerade zuschauer nach einem aufgaben nebelmonster also voraufgabe du musst aber die nebelmonster töten das zählt das glaube ich nicht bei dir ich weiß die übung wir sollten weiter expandieren wenn du bereit zur verteidigung bist wähle am stumschild konsolen menü schild erweitern nein 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 ja hallo also wenn du die mythische war fast also jeden donnerstag kriegt man eine neue noch gar nicht machen drei klassenarbeiten diese woche jetzt mal wieder neue also morgen wird zurück nächstes wir kriegen jetzt will ich noch diese ansturm und dieser wie heißt es ansturm und die faust da hey warum sind die in level 35? die können ja pickaxen danke luci ähm lucifa was hast du da gemacht? nein mein lucifa hie ich hab den namen vergessen man hieß nicht lucifa oder? ich glaub doch hätte ich lost also ich hab den gerade bei flanker dran geholt aaa hexe ha lucian ach wie komm ich hab lucifa am an du bist die simulation ten mal verkürzen? IN DEBT aus den nebelkasten kann jeden momenten verflücken Sponsor ich neben dem Monster. So, was ist der Minibus? Ah, das ist hier. Das ist schon wieder an. Das ist schon wieder an. Oh, das ist schon wieder an. Ähm, du brauchst, ähm, was brauchst du überhaupt? Du brauchst Nebelmonster, oder? Ja. Okay, wie brauchst du jetzt schon? Alles, guck. Ähm, was denn eine Herausforderung? Hä? Null? Nein, nein, Erfolg, ach so, die muss erfolgreich sein, die Mission. Nein, lass doch mal neu starten, Mann, Junge, ich dachte, du brauchst Miniboss, Junge, ich will wirklich los. Oh, nein, Mann, eben Monsters. Ich muss raus. Weil ich sparen kann im, ähm, Dings. Ich bin, ähm, geläftet, aber in Gruppe geblieben. Ja. Junge, ich will wirklich los wieder, Mann, Gib mir. Oh, dumm. Hey, Junge, ähm, vorhin, du hast doch gesagt, dass die, ähm, Monikiste weg ist, Junge. Ich musste, ähm, gucken, Junge. Hättest du direkt am Anfang gesagt, dass die nicht weg ist, Junge, hätte ich dir direkt... Aber du hast ja gesagt, die ist weg. Was für eine Monikiste? Also bei, bei den anderen, wo ich, ähm, wo ich denen geholfen habe, ich ja auch einfach bei den, ähm, OG-Torben, dass ja oben, ganz oben so eine Monikiste ist, ja, von ganz früher. Wenn man die, ähm, einmal öffnet, dann ist die auch für immer weg. Ja, okay, ja, und dann? Ja, und dann war's das halt, ne? Ja, du, Junge, ähm, vorhin, du hast erst gesagt, wo wir draußen waren. Aber vorhin hast du gesagt, die ist weg. Das ich dachte, ich wirklich, dass die weg ist. Aber ich hab keine Ahnung, wo ich scheiße. Naja, ich hab nochmal einen Rollkurs. Bist du noch drin, oder? Hm? Bist du noch drin? Wo im Schnaufel? Also bei mir, in der Lobby? Ah, ja, ja, ja. Wo du es spielst, du sitzt aus. Ja, du musst kurz, ähm, wieder anmachen. Was? Was? Drück mal Optionen, dann, ähm, sitzt aus, wegmachen. Ich kann, äh, so sitzt aus? Wie, wie mach ich das? Wo war ich spielst du? PS5? Dann drück Start und dann, ähm, auf dein Banner und dann, da. Ah, ja, spielt. Ah, ja, spielt. Vielen Dank. 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 Ja. 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 junge ich weiß es woanders legt man muss einfach normales kriegsspiel starten ohne alles man denn es wollen richtig viele nebelmonster für nebelmonster hast du jetzt am ding das war spaß man nenne ich nicht auch nicht wieder vor nein wenn ich wieder ein point morgen das war spaß jetzt habe ich neun jetzt habe ich 45 prozent jetzt habe ich 40 prozent 11 50 warum ich liebe augen Oh-oh. Ja, ich bin Heimbeer. Ich bin Heimbeer. Teddy! Ich will auch so ein hohes Level haben wie ich. Ja, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin, ich spiel das schon spiel seit Ostdean. Ja, das ist aber traurig. Ich hab aber auch schon zweimal aufgelöst und halt zwei Accounts gebannt worden. Ja, scheiße. Ohne Grund. Weißt du, wo Accounts aussortiert wurden? 2018 war das, glaub ich. Mhm. Ja, da wurde ich gebannt. Boah, ich wurde noch nie gebannt, Junge. Junge, in keinem Spiel. Ich hab auch, Junge, ich hab immer alles gemacht und ich wurde nie gebannt worden. Ich muss kurz weg. Alles gut. So, jetzt hab ich wie vieler? 55%, jetzt fehlen mir noch neun Stück. Ja? Ich mach noch mal kurz die andere Mission an, wo du mehr kriegst. Es war die falsche Mission gestartet. Ich hab mal, ich war, hallo. Ich muss offline. Boah. Egal, dann lass uns morgen mit den Nebelmonster machen. Ja, okay. Hau rein. Okay, ich wünsche dir noch. Ciao. Ciao. No more. No more. Das war's für heute. Haben wir noch einen Wattaccount oder so? Timon? 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 Boah, Digga, wo hab ich denn? Timon? Ich hör dich wieder nicht. 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 Vielen Dank.